Wir ranken alle WrestleManias, die es jemals gegeben hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir gleich anfangen werden und stehe ehrlicherweise auch vor einem Scherbenhaufen. Es wird Diskussionen geben, es wird Drama geben, wir werden uns schlagen und prügeln, aber immerhin hat er da drüben wenigstens den schönsten Schnauzer Deutschlands dabei. Ich freue mich, das Ganze nämlich mit dem Chris zu machen. Hallihallo, twitch.tv-spotfight.de, Tierlist, alle WrestleManias. Chris, du, ich und der Chat, let's go! Hallo Tobi, hallo Chat. Es freut mich, hier am Start zu sein und ich freue mich, über die ganzen WrestleManias zu quatschen. Ich sage vorweg, ich glaube, wir haben nicht jedes Match, was jemals bei WrestleManias stattgefunden hat, gesehen, aber wir versuchen trotzdem, alle Shows ein bisschen einzuordnen. Wir haben ja auch ganz viel gesehen und von daher denke ich, dass wir eine valide, gute Liste aufstellen werden. Ich freue mich jedenfalls drauf und ich glaube, dass das großartig wird. Chat, an der Stelle auch an euch einen wunderschönen guten Abend. Wenn hier irgendwas technisch mal nicht funktioniert, wenn ich abgehakt bin, Chris abgehakt ist, irgendwas, das gehört hier zum guten Ton. Wir sind noch neu, wir stecken quasi in den Kinderschuhen. Das ist hier ganz normal. Dementsprechend nehmt uns das einfach nicht übel, wenn das hier nicht hundertprozentig flüssig läuft. Es geht im Endeffekt nur um das, was wir letztlich da oben in dieser Liste festhalten. Das ist die Liste der Wahrheit. Wir werden alle WrestleManias ranken in die Kategorien Final Boss, das ist die absolute Endstufe. Sehr gut, brauchbar, nächstes Gelbe vom Ei, Grütze und nie gesehen. Da bin ich sehr gespannt, weil die Voraussetzung, Chris, ist ja, wir wollen uns ja bei allem wirklich einigen. Und das könnte Komplikationen mit sich bringen. Ja, das ist unsere Stipulation. Wir müssen uns am Ende einig sein, wir müssen ausdiskutieren. Vielleicht fandest du, dass irgendeine WrestleManias Grütze war, während ich sage, ey, das ist so eine Final Boss WrestleManias. Dann wird es eine sehr hitzige Diskussion, da irgendeine Einigung zu finden, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das ist ja das Spaßige an der Challenge, dass wir uns am Ende des Tages hier hinsetzen können und sagen, ey, das ist unsere Spotfight WrestleManias Tierlist. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil wir aus einer ähnlichen Zeit kommen. Wenn wir jetzt einen Virgil oder einen Marcel dabei hätten, dann würde die Liste wahrscheinlich auch nochmal komplett anders aussehen. Aber wir beide, wir wenden uns schon irgendwie einig, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe doch, also Chat, auch eure Unterstützung ist gefragt. Ich würde sagen, Chris, genug gelabert, wir gehen rein. Und ich würde jetzt fürs Vorgehen einfach mal vorschlagen, dass wir es so machen, dass wir tatsächlich versuchen, erst mal mit den besten WrestleManias anzufangen. Weil ich habe sofort irgendwie so zwei, drei, vier, wo ich sage, die kommen auf jeden Fall ins obere Regal. Schwierig wird es erst, wenn wir es nachher so runterkategorisieren, ne, bei den 39. Ich könnte jetzt zum Beispiel aus dem Stehgreif sagen, und da sind wir uns hoffentlich einig, Wrestlemania 17. Ja, weil das war wirklich eine Mania, wo ich sage, die habe ich auch mittlerweile mehrfach gesehen, ich bin mittlerweile im Monday Night War ganz gut auf Trab und kann die Zeit auch einschätzen. Ich würde sagen, Wrestlemania 17 muss, und ich hoffe, da widerspricht keiner, entweder sehr gut oder sogar in die Final Boss Kategorie. Ich würde sogar erst mal bei sehr gut parken. Du kannst mir jetzt eigentlich nicht widersprechen, weil ansonsten ist dieses Format auch offiziell schon wieder beendet, weil dann gehe ich. Ja, Tobi, ich fange sehr versöhnlich an und ich würde sagen, Wrestlemania 17 muss auf jeden Fall sehr gut. Also da bin ich ganz bei dir. Ich würde sogar fast in Final Boss gehen, also das ist ja für viele die beste Wrestlemania aller Zeiten. Wir können ja dann auch währenddessen vielleicht noch mal ein bisschen rumswitchen, aber jetzt würde ich auch erst mal sagen, wir starten mit sehr gut rein und dann ist die erste Wrestlemania in die Tierliste zugefügt. Großartig. Wrestlemania 17 Main Event The Rock gegen Stone Cold war tatsächlich so eine krasse Stimmung. Und generell, also wir können ja mal ganz kurz die Wrestlemania 17 Karte, wenn ich euch die mal runterratter, ich habe die Show wirklich jetzt auch mehrfach gesehen und muss sagen, die hatte so einen geilen Flow. Wir können die Karte ja mal ganz schnell durchgehen. Wir hatten quasi in der Pre-Show, beziehungsweise was quasi vorher übertragen worden ist, bei Sunday Night Heat gab es X-Factor, also X-Pac und Just Incredible. Die haben Steve Blackman und Grandmaster Sexy besiegt, das war nicht so wichtig. Wichtiger war die Main Show. Chris Jericho besiegt William Regal. Dann Tess und die APA besiegen Right to Censor. Bin ich bei der, nein, ich bin nicht bei Wrestlemania 17, oder? Doch, ich bin bei Wrestlemania 17. Doch, du bist bei Wrestlemania 17. Ja, hauptsächlich, ich sage, ich habe die Show gesehen und tue jetzt so, hä, was sind das denn für Menschen? Äh, ja, ich erinnere mich nicht mehr so viel dran. Ich erinnere mich aber an Kane, der besiegt Raven und Big Show, Triple Threat Match, Hardcore Championship. Eddie Guerrero besiegt Tess, European Championship. Dann Kurt Angle besiegt Chris Benoit. China besiegt Ivory. Shane McMahon besiegt Vince McMahon. Streetfight mit Mick Foley als Special Guest Referee. Edge und Christian, legendäres TLC-Ladder Match. Edge und Christian besiegen die Dudley Boys und die Hardys. Das war richtig krass. Dann hatten wir diese Gimmick Battle Royal, die komplett, wirklich eine Farce war. Der Undertaker besiegt im Co-Main-Event Triple H und dann eben Stone Cold Steve Austin besiegt The Rock. Also, das war trotzdem eine Mania. Ich erinnere mich, Chris, vom Flow, wo ich sagen würde, sehr gut und deswegen, glaube ich, können wir die auch da lassen, ne? Ja, definitiv. Ich habe einiges an der WrestleMania geliebt. Das Hardcore-Match, das war so geil. Ja. Wie die sich durch die Halle gebrault haben. Dann mit dem Card irgendwie düsen die da rum. Am Ende gibt es den Choke-Stamp durch die Stage. Es war wirklich großartig. Ich habe es geliebt. Und das ist ein Match, das gucke ich mir heute immer noch gerne an. Dann haben wir, du hast es gesagt, Shane gegen Mr. McMahon. Dann hatten wir dieses legendäre TLC-Match. Was war das für ein Match? Das ist für mich bis heute beste TLC-Match aller Zeiten. Ja, und dann dieser Main Event Stone Cold gegen The Rock. Braucht man nicht viel mehr zu sagen. Also, das war alles in allem eine sehr, sehr runde WrestleMania, die mir gut gefallen hat. Und ja, die kann man sich jederzeit anschauen und wird Spaß haben. Das sage ich dir. War eine kleine Endboss-Mania vielleicht auch, aber das müssen wir rausfinden. So, jetzt mache ich weiter, Chris. Weiß nicht, ob ich mich damit bei dir schon in die Nesseln setze, weil ich sage jetzt eine der wirklich neueren WrestleManias, bei der ich aber der Meinung bin, die gehört nach ganz oben im Regal. Ich möchte folgende WrestleMania für sehr gut pitchen. Es war die WrestleMania, die nach der Pandemie das erste Mal wieder mit richtig vielen Fans stattgefunden hat. Zwei Nächte. Night 1 Steve Austin gegen Kevin Owens, No Holds Barth. Und Night 2 Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ich muss sagen, Night 1 fand ich wirklich krass. Night 2 nicht mehr so gut. Aber ich möchte tatsächlich pitchen. WrestleMania 38. Hätte ich bei sehr gut gesehen. Gar nicht mal, weil wir die heftigsten Matches der Welt gesehen haben. Aber die hatte so einen guten Vibe. Das war so ein guter Turning Point, finde ich, weil danach ging die Bloodline-Story mit Sami Zayn zum Beispiel richtig los. Und ich habe die einfach richtig gut in Erinnerung. Und mir ist die zu gut, um sie zum Beispiel nur zu brauchbar zu packen. Deswegen, ich sage, WrestleMania 38 würde ich zu sehr gut packen. Ja, und hier ist der erste Punkt, wo ich sage, da gehe ich mit einer Emotionalität ran. Ich war live in der Halle, beide Nächte in Dallas, beziehungsweise in Arlington, Texas. Und deswegen bin ich da emotional schon ein bisschen mehr involviert. Für mich ist es eine Final Boss-Wrestlemania. Aber auch da einfach aus dem Punkt heraus. Ich meine, ich saß da in der Halle und ich fand beide Nächte, ich fand die super. Also ich hatte an beiden Nächten extrem viel Spaß. Ist wahrscheinlich ein bisschen strittig, wenn man es im TV gesehen hat und ein bisschen was abzieht. Ja, dann ist es wahrscheinlich sehr gut das richtige Tier. Ich glaube, für eine Final Boss-Mania ist halt gerade auch so der Main Event, Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Das war ja so dieses Finish, wo dann alle gedacht haben, her, hat sich jetzt jemand verletzt oder was da gewesen. Das war schon, also ich will dann für eine Final Boss-Mania, will ich, dass sie auch mit einem richtigen Banger endet. Und Austin gegen Rock würde das für mich sogar erfüllen. Das heißt, das könnten wir vielleicht dann sogar noch nach oben packen. Aber ich würde sagen, sie ist bei sehr gut, glaube ich, gut aufgehoben. Dementsprechend, ich würde WrestleMania 38 auch sehr gut packen. Ja, da gehe ich mit. Der Main Event ist halt genau das, was es runtergezogen hat. Stell dir vor, du hättest da einen Titelsieg von Cody gehabt, einfach nur als diesen Main Event ersetzt zu haben. Das wäre eine All-Time-Final-Boss-Restle-Mania. Ja, so kann ich wahrscheinlich mit Final Boss auch nicht ganz argumentieren, aber sehr gut. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Bobby Lashley gegen Omos, hallo, absolut richtig. Und genau, es war die Mania, bei der Cody zurückgekehrt ist. Absolut richtig. Also, das, finde ich, war auch noch mal so ein, das war ein Shift. Das war der Moment, also ich für mich würde sagen, das war der Moment, an dem WWE angefangen hat, wieder heiß zu werden. Der Sebü von Cody bei Mania, weil das war wirklich, ja, Lubon schreibt, das ist vielleicht auch eine ganz gute Unterteilung. Night One war Final Boss und Night Two war brauchbar. Vielleicht ist auch das mit sehr gut dann ein guter Mittelweg, oder? Ja, denke schon. Das stimmt schon. Aber WrestleMania 38, auf jeden Fall einen speziellen Platz in meinem Herzen und freut mich, dass es so hoch eingerankt ist. Weil es, ich nehme es vorweg, es war von allen WrestleMania, die ich bisher live gesehen habe, mit Abstand die beste. So. Ich gehe jetzt hier gerade ein bisschen, also du kannst auch gleich mal was pitchen. Ich möchte noch eine für weiter unten. Ich glaube, ich möchte noch eine Grützen-Mania. Ich habe auch eine. Ich glaube, ich möchte eine Grützen-Mania. Und zwar, ja doch, natürlich. Also ich bin, wenn wir ein Tier unter Grütze hätten, würde ich das vielleicht sogar ansteuern. Never Watched stimmt nicht, aber ich würde sagen, diese WrestleMania muss man nicht gesehen haben. Weil ich wirklich Erinnerungen habe, dass das eine Zeit war, in der ich WWE fast schon gehasst habe. Ich habe sie kürzlich, boah, wo war denn das? Wo habe ich denn das referenziert? Ich weiß es gar nicht. War es im Hauptkampf? Ich glaube, im Hauptkampf. Opener war Edge gegen Alberto del Rio. Ich rede von WrestleMania 27, Main Event, The Miz besiegt John Cena. Und ich habe diese Card gerade nochmal vor mir. Das war ja gar nichts. Freunde, das war ja gar nichts. WrestleMania 27, Leute, wo sind wir denn hier? Also, ihr könnt mal gerne eure Erinnerungen daran in den Chat schreiben. Aber ich weiß noch, das war eine Zeit, da war WWE bei mir ganz unten durch. Oh ja, ich kann Ihnen nur zustimmen, also alleine der Main Event. Ich meine, jeder, der diese Doku kennt, weiß, dass The Miz in dem Moment auch noch ausgenockt war. Und wir wissen, dass ein fitter The Miz nicht gerade der beste Wrestler, also nicht der most exciting Wrestler ist, sagen wir es mal so. Von daher ein Dizzy The Miz in dem Main Event von WrestleMania, oh, schwierig gewesen. Und insgesamt weiß ich nicht, ich habe die WrestleMania auch nicht so geil in Erinnerung. Von daher bin ich da ganz fein mit, wenn wir es in Grütze einordnen. Es gab wenige WrestleMania, die ich tatsächlich schlechter fand die letzten Jahre. Und von daher ist das, glaube ich, ganz gut eingeordnet. Chris, jetzt mach du doch auch mal, sag du doch auch mal, welche WrestleMania du wo reinhauen würdest. Und dann im besten Fall einigen wir uns einfach. Also ich habe eine, bei der ich live war, die ich irgendwo zwischen Grütze und nicht das Gelbe vom Ei einordne. WrestleMania 32. Oh Jesus. Der Opener war gut, danach ging es kontinuierlich bergab. Und am Ende waren wir bei Triple H gegen Roman Reigns. Boah, die ging doch auch sieben Stunden oder so, oder? War die nicht ewig? Oh ja, die ging ewig lang. Und ich habe es nicht enjoyed. Es war nicht schön, es hat keinen Spaß gemacht. Wie viel hast du bezahlt? Boah, ich glaube 475 Dollar. Irgendwie so um den Dreh. Eieieiei. Um die 500 Dollar. Es tat super weh und dann kriegst du so eine Mania. Ich war so unzufrieden. Aber gut, deswegen ist das irgendwie eine Mania, die ich unten, eher im unteren Viertel einordnen würde. Ich weiß jetzt nicht, bist du eher auf Richtung nicht das Gelbe vom Ei oder Richtung Grütze? Also ich habe jetzt die Karte nochmal vor mir. Ich kann sie einmal schnell durchgehen mit euch. Wo haben wir es denn? Hier Ergebnisse. Das war, glaube ich, Pre-Show. Genau, Main-Show. Wir hatten Leather Match. Zack Ryder ist Intercontinental Champion. War das Intercontinental? Ja genau, war Intercontinental Championship. Zack Ryder besiegt Dolph Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn, Sin Cara, Stardust und The Miz. Jesus Maria, stell dir das mal heute vor. Ein kompletter Fiebertraum. Dann Chris Jericho besiegt AJ Styles. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass das jemals stattgefunden hat. Bei seiner ersten WrestleMania. AJ Styles erste WrestleMania. Da könnte ich schon wieder ausrasten. Da verliert er gegen Jericho. Eine Nacht später bei Raw. Eine Nacht später gewinnt er ein Fatal 4-Way-Number-O-Contender-Match um den WWE-Titel. Was ist das denn? Wer hat das gebuckt? Who booked this crap? Gut, dass wir da ein Emote auf Twitch haben. Ja okay, also der erste kleine Rage. Ja, ich guck mal weiter. Was hatten wir sonst noch? Die League of Nations. Alberto Del Rio, Rusev und Sheamus besiegen The New Day. Alter, ich hätte schwören können, New Day hat das Match gewonnen. Okay, ziemlich krass. Aber danach gab's was Cooles, Tobi. Da kamen schon Michaels raus, Mick Foley und Stone Cold und haben die da einfach weggeknattert. Erinnerst du dich da dran? Wunderbar, das war das Schönste an dieser WrestleMania, das sag ich dir jetzt direkt. Wir hatten tatsächlich dann noch Brock Lesnar besiegt Dean Ambrose. Ich erinnere mich dran, weil Dean Ambrose das Match bis heute hasst und Brock Lesnar einfach keinen Bock auf ihn hatte. Dann glaube ich fast mit das einzig wirklich Gute. Charlotte besiegt Becky Lynch und Sasha Banks. Das war doch die Zeit, in der so gerade die ersten NXTler wirklich im Main-Roster durchgestartet sind und Triple H so richtig auf dem Hype-Train war, oder? Dann Hell in a Cell, Undertaker gegen Shane McMahon. Gut, ja, war besser. Lebt von einem Spot. Ja, im Endeffekt lebt's von einem. Es war halt ein langweiliges Gebrawler und Shane, der stirbt, beziehungsweise halt fast gestorben ist. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, das war noch halbwegs brauchbar. Baron Corbin gewinnt die Andre the Giant Memorial Battle Royal. Das war wirklich auch noch eine Zeit, in der ich Baron Corbin gehasst habe, wie sonst was. The Rock besiegt Erick Rowan in sechs Sekunden. Unvergessener Klassiker. Final Boss WrestleMania incoming. Und dann einfach Main Event Roman Reigns gegen Triple H. 27 Minuten, die sich angefühlt haben wie 57. Also ich sag dir ehrlich, gerade jetzt, wo du mir die Card vorgelesen hast, und ich hab die Main ja wirklich oft gesehen, es ist für mich schon, es ist für mich schon Elgrütze. Für mich persönlich, ich bin gespannt, was der Chat irgendwie abstimmt. Aber ich mein, es wäre so viel möglich gewesen und die WWE hatte in der Zeit sehr viele Verletzungen. Das ist schade gewesen, ich weiß, Orton war raus, Rawlins war raus, Sting hätte eigentlich ein Match gegen den Undertaker haben sollen, war rausverletzt. Es ist so viel passiert, was die Main ja dann natürlich auch nochmal ein bisschen schlechter gemacht hat. Aber du hast einfach kein Momentum aufgebaut in Richtung WrestleMania und es war wirklich eine Grützen-Mail ja für mich. Ich glaub, ich bin für nicht das Gelbe vom Ei. Okay, ich glaub, ich bin für nicht das Gelbe vom Ei, weil diese Main ja trotzdem Momente hatte, für die sie positiv in Erinnerung geblieben ist. Zack Ryder, der Moment, Shane McMahon als zweites und das Women's Match. Das sind für mich drei Sachen, wo ich sage, um Grütze zu sein, muss schon wirklich, und ich hab grad WrestleMania 27 dagegenhalten. Ich glaub, das ist mein Problem. Ich glaub, ich würd's nicht auf eine Stufe mit WrestleMania 27 stellen. Es war um Haaresbreite besser. Ich würd's sagen, es war um Haaresbreite ein bisschen besser. Dementsprechend würd ich's, glaub ich, auf nicht das Gelbe vom Ei packen. Dann halten wir das mal so fest. Wie machen wir weiter? Mit welcher WrestleMania? Also auch, Chad, ihr dürft da gern was reinwerfen. Hast du sonst gerade eine vor Augen? Ähm, ich würd einfach sagen, dass wir die Letztjährige einfach direkt einordnen. Uh, WrestleMania goes Hollywood. Ja, WrestleMania goes Hollywood. Ja, erstes Bauchgefühl schon zwischenbrauchbar und sehr gut. Ja, Main Event Night 1, die Usos verlieren gegen Owens und Zayn. Night 2, Roman Reigns besiegt Cody Rhodes. Zwischenbrauchbar und sehr gut bin ich. Chad, wo seid ihr? Ich erinnere mich, dass viele damals auch ein bisschen debattiert haben, was war besser, 38, 39. Das war ein bisschen unstimmig. Also es gab Leute, die fanden 39 besser, Leute, die fanden 38 besser. Deswegen wär's interessant zu hören, was der Chat dazu zu sagen hat. Für mich eher brauchbar, weil für mich WrestleMania 38 nochmal so einen Ticken stärker war. Und ich würd die nicht ganz auf einem Tier sehen. Boah, ist das schwer. Boah, ist das schwer. Ich muss mir auch gerade die beiden Nächte sonst nochmal angucken. Austin Theory gegen John Cena, okay. Also ich muss sagen, Night 1, weiß ich noch, hat sehr von zwei Sachen für mich gelebt. Drei Sachen eigentlich. Seth Rollins gegen Logan Paul war krass. Ich fand Rey Mysterio gegen Dominik Mysterio krass. Und der Main Event war natürlich super. Und stimmt, stimmt, stimmt. Ich hätt's fast vergessen. Ganz hoher Contender fürs Match of the Year. Rhea Ripley gegen Charlotte Flair in Night 1. Das vergesst mir nicht. Das vergesst mir nicht. Das war das beste WWE-Women's-Match, was ich, glaube ich, je gesehen habe, muss ich sagen. Das ist ganz weit oben. Und in Night 2, gut, Brock Lesnar besiegt Omos. Dann war aber in Night 2, stimmt, Gunther gegen Sheamus und Drew war halt auch schon lächerlich geil. Aber es war auch viel Quatsch dabei. Also das Ganze mit The Miz und den Hollywood-Leuten und dann Sheamus. Sorry, aber Snoop Dogg, Snoop Dogs Elbow war, okay, sorry, es muss auf sehr gut. Es muss auf sehr gut. Der Elbow von Snoop Dogg war zu krass. Sorry, der war einfach wirklich zu krass. Ich glaube, wir sind auf sehr gut. Nee, also ich muss, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, das war auf einer Stufe mit WrestleMania 17, würde ich mich auch unwohl fühlen. Und ich glaube, wir müssen echt 17 in Richtung Final Boss gleich mal hochnehmen. Ja, mach mal und mach mal die Letztjährige auf sehr gut. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Also einfach dem geschuldet, dass, wie gesagt, viele sagen, 39 war besser 38. Das ist halt eine Diskussion. Ähm, ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache und bei 38, da war ich live in der Halle. Das gibt natürlich immer noch so ein bisschen mehr Impuls. Wenn ich beide jetzt im TV geschaut hätte, dann wären die wahrscheinlich bei mir auch auf einem ähnlichen Level. Und deswegen würde ich sagen, 39 war sehr gut. Das klingt für mich schon irgendwie, klingt für mich sehr gut. Lass uns doch mal, wir haben doch beide WrestleMania 9 gesehen. Ja, ja. Ja, freilich. Und WrestleMania 9 war halt, also um es mal so zu sagen, es war eine Politik-Mania. Ihr müsst euch so vorstellen, wir kriegen den groß aufgebauten Main Event Yokozuna gegen Bret Hart. Und dann kommt Hulk Hogan raus und sagt, ja, ich versuch's auch nochmal. Und Hulk Hogan gewinnt einfach in 22 Sekunden gegen Yokozuna, nachdem Bret Hart dann aussieht wie der größte Dummy. Das war eine Sache. Undertaker gegen Giant Gonzalez war eines der wirklich widerwärtigsten Undertaker-Matches, die ich jemals gesehen habe, nachdem gegen Goldberg. Ey, bei der Mania ging fast gar nichts. Ich glaub, Razor Ramon gegen Bob Becklund hat mir sogar noch gefallen. Steiner Bra... Ah, nee. Sorry, aber WrestleMania 9 kratzt auch an der Grütze, wenn ihr mich fragt. WrestleMania 9 kratzt an der Grütze. Weiß ich nicht. Das hat irgendwie nicht gehittet. Setup war geil. Also die Halle da auf diesem Parkplatz mit dem ganzen geschnörkelten Gedönse. Das sah schon schön aus, aber mehr war's dann für mich auch nicht. Was sagt der Chat? Wörtl macht Klartext im Chat. Eine WrestleMania ohne ein einziges gutes Match. Alles war unfassbar schlecht. Selbst HBK war kacke. Tatsächlich, wir haben da eine Spot-Show zugemacht. Und ich weiß noch, wie ich dann wirklich da so ein bisschen auch enttäuscht war. Auch damals, ne? Lex Luger hatte ein Quatsch-Gimmick. Der war dann auch irgendwie hier mit den Spiegeln und so getrimmt. Und auch Tatanka gegen Shawn Michaels, das war nix. Obwohl es vielleicht fast noch mit das beste Match an der Show war. Aber das ging halt trotzdem. 18 Minuten, das war damals auch nicht so geil. Ne, ich glaub, ganz ehrlich, das geht mit zu Grütze. Es geht zu WrestleMania 27. Virgil ist stinksauer. Stinksauer ist Virgil. Wunderbar, alles gefunden. Da geh ich mit. Das war wirklich eine Grütze, WrestleMania. Also Jesus Christ. So, jetzt müssen wir, komm, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Die erste WrestleMania. Wo packen wir die erste WrestleMania? Ich hab's dir einmal gesehen. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her und fand den Main Event scheiße. Äh, daran erinnere ich mich. Also, ich geh mal kurz die Karte durch. Chat, ihr könnt schon mal raushauen. Die erste WrestleMania. Wo würdet ihr die einranken? Wir hatten Tito Santana, der besiegt den Executioner. Dann haben wir King Kong Bundy besiegt die Special, äh, oder besiegt Special Delivery Jones. Ricky Steamboat besiegt Matt Bourne. Den späteren Doink the Clown. David Sammartino besiegt, äh, oder ne, Disqualifikation gegen Brudos Beefcake. Ein DQ-Finish nach zwölf Minuten. Junkyard Dog gegen Greg Valentine. Sieben Minuten Countout. Nikolaj Volkov und Iron Sheik besiegen den US Express. Titelwechsel. Andre the Giant besiegt Big John Studd. Wendy Richter besiegt Lelana Kai. Und dann hatten wir Main Event Hogan und Mr. T gegen Piper und Orndorff. Boah. Ist schwierig, ne? Virgil ist übrigens immer noch WrestleMania 9. Der Hass ist so real. Er untermauelt. Es wird schwer, eine schlechtere zu finden. Ja, ja, ja. Ja, was machen wir aus WrestleMania 1? WrestleMania 1. Schwieriges Ding, weil ich finde, das hat so ein bisschen den Weg geebnet für die WrestleMania's, die wir heute haben. Das war so, das war der Punkt, an dem die WWF groß geworden ist, sag ich mal. Das war do or die. Das war do or die. Vince McMahon ist all in gegangen. Vince McMahon, der ist wie am Pokertisch. Alle Chips reingeschmissen. Der hätte auch richtig pleite gehen können. Und dann hätten wir heute nicht das Entertainment, was wir haben. Deswegen ist es schwer, das zu beurteilen. Ich meine, es hatte seinen Erfolg. War die WrestleMania jetzt am Ende des Tages besonders gut? Nö, war sie nicht. Aber ich glaube, ich fände es unfair, die zu schlecht zu ranken. Deswegen irgendwas zwischen nicht das Gelbe vom Ei und brauchbar ist es dann schon irgendwo, ne? Wahrscheinlich eher brauchbar. Erster Impuls von mir ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Also, wir müssen jetzt auch mal so ein bisschen ehrlich zu uns selber sein und fragen, wollen wir jetzt einfach nur sagen, das ist halt die Erste und die hat den Weg geebnet. Und allein deswegen bekommt sie einen Bonus oder sagen wir wirklich, wir ranken hier hart danach, wie gut war die WrestleMania. Und wenn ich den Nostalgiefaktor reinnehme, könnte man für brauchbar stimmen, allein aus dem Grund, es hat eine zweite WrestleMania gegeben. Das heißt, sie war so brauchbar, dass es einen Nachfolger geben konnte. Wenn ihr mich nur nach der Qualität fragt, bin ich eher dabei zu sagen, es ist nicht das Gelbe vom Ei. Da müssen wir jetzt, da müssen wir irgendeine Lösung finden. Ich bin für brauchbar, weil ich einfach glaube, dass es für die Zeit gut genug war. Ich meine, du hast ja gesehen, es gab da eine zweite WrestleMania. Und das, was daraus entstanden ist, das hatte ja diesen Startschuss. Also, die Leute damals, die haben es ja gefressen, die haben es ja gefeiert, was da passiert ist. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es brauchbar ist. Also, eher brauchbar als nicht das Gelbe vom Ei. Ja, die Matches, ja, schwierig, schwierig. Ich erinnere mich jetzt auch nicht an alles, muss ich sagen, matchtechnisch. Aber es ist schwierig, wie gesagt. Für mich irgendwas zwischen brauchbar und nicht das Gelbe vom Ei. Und da würde ich mich tatsächlich ein bisschen auf den Chat beziehen. Komm, wenn ich raus. Ja, dann, ja, dann mach sie halt brauchbar. Aber ein bisschen Bauchweh habe ich noch. Weiß noch nicht, ob ich das am Ende so durchwinke. Ja, müssen wir mal gucken. Okay. So, mit welcher wollen wir weitermachen? Ich muss gerade mal ein bisschen, ich muss mal wieder zurück in meine Zeit. Ich muss mal wieder zurück in meine Zeit. Ich muss mal wieder eine, oh, okay, pass auf. Ich pitche jetzt meine, nicht das Brauchbare vom Ei. Okay, auch eine gute Kategorie von Ritz. Nee, ich muss mal zurück in die guten Zeiten. Ich möchte meine letzte WrestleMania als Mark pitchen. Und zwar, boah, ich muss mal überlegen, für was ich die überhaupt pitchen möchte. Es war die letzte Mania, die ich, ähm, wo, oder, ja, wo ich noch sagen würde, ich war Mark. Danach habe ich eigentlich, äh, danach bin ich zu dem, ja, äh, Stinkstiefel geworden, der ich heute bin. Once in a Lifetime, WrestleMania 28, finde ich ganz schwer, weil, natürlich, Main Event The Rock gegen John Cena, Match war jetzt nicht so überragend, aber ich war so emotionalisiert, ihr glaubt es gar nicht. Das wirkte wirklich wie der größte Scheiß der Welt. Davor CM Punk, der gegen Chris Jericho in einem guten Match gewonnen hat. Ähm, gut, danach hatten wir natürlich auch viel Quatsch. Wobei, nee, stopp, wir hatten Undertaker gegen Triple H, Hell in the Cell mit Shawn Michaels. Absoluter Fünf-Sterne-All-Time-Klassiker. Opener war ein Schocker. Sheamus hat, äh, Daniel Bryan in 18 Sekunden besiegt, weil AJ Lee da auch ein bisschen geknutscht hat. Kane gegen Randy Orton, nicht viel Erinnerung, war nicht so geil. Big Show besiegt Cody Rhodes in fünf Minuten. Ja, hätte ich dann die Liga auch ein paar Jahre später verlassen. Aber alleine wegen Undertaker gegen Triple H als All-Time-Match, Punk gegen Jericho und Rock gegen Cena als wahrscheinlich krasses gehyptester Main-Event, glaub ich, boah, allein wegen dem Hell in the Cell kann ich nicht nur brauchbar machen. Also da, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt halt das Ranking sehe, sag ich eigentlich zwischen WrestleMania 28 und WrestleMania 1, da muss eigentlich eine Differenz sein von mehr als einer Stufe. Aber wir können WrestleMania 28 auch nicht in Final Boss packen. Das wäre, also sie ist mindestens, sie ist sehr gut. Sie ist, sie ist sehr gut. Ähm, boah, aber das mit WrestleMania 1, das bereitet mir noch Bauchschmerzen. Sag ich dir, wie es ist. Ich bin dabei. Ich würde eigentlich sogar sagen, es ist brauchbar, weil ich finde es unterm Strich schlechter als WrestleMania 28. Aber ich würde WrestleMania 1 auch noch einen Ticken runterstufen. Also vielleicht sogar eher ein bisschen in nicht das Gelbe vom Ei. Nee, 28 kannst du nicht zu brauchbar machen. Das geht, da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit. Findest du es sehr gut? Findest du es sehr gut? Ich finde es sehr gut, da gehe ich. Also, die kann ich nicht zu brauchbar schieben. WrestleMania 28 kann ich nicht zu brauchbar schieben. Boah, mich hat es halt echt ein bisschen gekillt, dass sie ein Jahr später dann nochmal gecatcht haben, ne? Bei WrestleMania 29. Das killt es für mich halt wirklich ein bisschen. Ja, sehr gut. Es ist eher sehr gut als brauchbar. Aber es ist für mich eigentlich gut. Nee, sehr gut ist schon in Ordnung. Entspann nicht mal. So. Lass uns mal einen schönen Ausritt machen nach New Orleans. Nach NOLA. 34? WrestleMania 34. Erstmal 34. Oh, Main Event war komplette Scheiße. Beachball. Beachball Main Event, ne? Ich erinnere mich, der Fünf-Sterne-Chris war vor Ort. Ihr wart ja auch vor Ort, ne? Da ging ja gar nichts vor Ort, oder? Beim Main Event. Das war doch absolutes Armageddon. Boah, also Main Event war wirklich beschissen. Also, die Beachballs sind quer durch die Gegend geflogen. Das Match hat einfach keinen abgeholt. Also, du hast in der Crowd gemerkt, die ersten Leute sind gegangen. Die fanden es scheiße. Oh, es war schwierig. Plus, wir hatten echt noch ein paar mehr Downer. Wir hatten AJ Styles gegen Nakamura. Alle haben gesagt, das ist das Japan-Dream-Match. Das wird das Beste, was wir je bei WrestleMania gesehen haben. Und dann ist das bei rumgekommen, was wir gesehen haben. Und, naja, ihr könnt es ja selber beurteilen. Ich fand es wirklich Quatsch. Ja, es waren ein paar gute Sachen bei, aber insgesamt wahrscheinlich eher eine WrestleMania, die so nicht ganz das Gelbe vom Ei war. Muss man leider so sagen, unterm Strich. Hast du die Matchcard für uns, Tobi? Ich hab die Matchcard für euch. Wir können es einmal durchgehen. Den Opener, beziehungsweise die Andre the Giant Memorial Battle-Roll gewinnt Woken Matt Hardy. Er besiegt Baron Corbin und 28 weitere. Dann Cedric Alexander besiegt Mustafa Ali, Cruiserweight Championship. Und wir haben Naomi, die gewinnt eine Women's Battle-Royal. Das waren aber alles, glaube ich, Pre-Show-Matches. So, und dann. Stimmt. Opener. Seth Rollins, Intercontinental Championship besiegt eine Miss und Finn Balor. Da dachte ich eigentlich, oh, Freunde, das wird was, weil auch die Entrances geil waren. Aber ab dann haben wir Charlotte gegen Asuka, wo die Serie von Asuka, meine ich, gerissen ist. Wo ich geschockt war, wo ich dachte, hä, das wäre doch der Moment gewesen, wo Asuka jetzt gewinnen muss. Habe ich nicht gerafft. Dann Fatal 4-Way-Match um die United States Championship. Oh, das war großartig. Gib mir den Jinder, komm. Jinder Mahal besiegt Randy Orton, Bobby Roode und Rusev. Fieber-Traum. Dann wird es aber nochmal gut. Kurt Angle und Ronald Rousey gegen Triple H und Stephanie. Ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich der Showstealer. Von diesem Match hätte niemand auch nur im Ansatz gedacht, dass es so gut werden könnte. Und das war krass. Dann haben wir die Bludgeon Brothers, lieben wir, besiegen die Usos und den New Day und werden SmackDown Tag Team Champion. Der Undertaker gegen John Cena, die drei Minuten. Da gab es ja auch in der Doku irgendwie. Undertaker hat sich auf ein 20-Minuten-Match vorbereitet und hat kurz vorher erfahren, dass es doch nur ein 3-Minuten-Match wird. Das erinnere ich mich auch noch dran. Dann, ah stimmt, das große Comeback von Daniel Bryan mit Shane McMahon gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Das war leider auch gar nichts, finde ich. Nia Jax besiegt Alexa Bliss. AJ Styles, Nakamura war nichts. Braun Strowman und Nicolas besiegen Sheamus und Cesaro. Also wenn ich das so sehe, sage ich dir, der Opener ging klar und Kurt Angle, Ronda Rousey, Triple H, Stephanie. Aber, boah, also allerhöchstens nicht das Gelbe vom Ei. Also nicht brauchbar in meinen Augen. Diese Mania ist nicht brauchbar. Ich bin bei nicht das Gelbe vom Ei. Ulmi schreibt jetzt Grütze, nachdem ich ihm die Card genannt habe. Ja, ich bin auch bei nicht das Gelbe vom Ei. Ich finde für Grütze war es dann doch noch ein bisschen zu gut, als C-Tile-Match hat abgerissen. Und es gab schon ein paar witzige Sachen. Von daher, es ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich würde sagen, es ist besser als Grütze. Oh, apropos nicht vor Publikum. Und jetzt wird es schwer. Jetzt wird es schwer. WrestleMania 36. Die Pandemie-Mania. Ui, 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 ui. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Die erste zweiteige WrestleMania auch. Boah. Also, muss ich jetzt, muss ich echt nochmal überlegen. Da waren ja so viele Sachen, ne. Vorher zum Beispiel Ewigkeiten Roman Reigns gegen Goldberg aufgebaut. Und dann einfach ein paar Tage vorher. Nee, es ist Braun Strowman. Tschüss. Und dann gewinnt Strowman auch noch den Titel. Also, das musst du dir mal wirklich vorstellen. Und dann hatten wir, erinnerst du dich bei der Raw danach, den Main-Event nach dem Main-Event mit McIntyre gegen Big Show. Jesus Christ, das war wirklich ein Fiebertraum. Aber hast du die Card vor dir, dann lese mal bitte den Rest vor. Dann können wir ja mal entscheiden, in welche Richtung es geht. Also, wir hatten Cesaro besiegt Drew Gulek. Nikki Cross und Alexa Bliss gewinnen gegen Asuka und Kyrie Zayn. Elias besiegt King Corbin. Becky Lynch besiegt Shayna Baszler. Sami Zayn besiegt Daniel Bryan. John Morrison. Ach. Ich erinnere mich, da habe ich gerantet. John Morrison hat ein Tag-Title-Match in einem Three-Way. Das heißt, John Morrison gegen Jimmy Uso, gegen Kofi Kingston um die Tag-Team-Championship. Das hat mir komplett alles wegspringen lassen. Also, ich wollte mir die Pulsadern gefühlt aufschneiden damals. Das war ganz böse. Kevin Owens besiegt Seth Rollins. Der Sprung von Owens vom Logo. Erinnern wir uns. Braun Strowman besiegt Goldberg. Der Undertaker besiegt AJ Styles. Boneyard-Match. Dann haben wir Liv Morgan besiegt Natalya. Charlotte gewinnt gegen Rhea. Oh, da hat Rhea danach geheult. Das war nicht so gut, ne? Weil da hat Rhea irgendwie ein bisschen Profil verloren. Alistair Black gewinnt gegen Bobby Lashley. Otis gewinnt gegen Dolph Ziggler. Edge gewinnt gegen Randy Orton im, ja, Never-Ending-Standing-Match. Street Profits gewinnt gegen Angel Garza und Austin Theory. Bayley gewinnt gegen Lacey Evans, Sasha Banks, Naomi und Tamina Snooker im Five-Pack-Elimination-Match. Der Fiend besiegt John Cena und Drew McIntyre besiegt Lesnar. Boah, das ist halt ne Mania. Ja, ich hab eigentlich gerade gesagt, bei WrestleMania 1, man darf's nicht so gesondert sehen, sondern wirklich nur die Qualität. Aber wenn du ne Mania gesondert sehen kannst, dann ja wohl die, die von null Zuschauern stattfand. Deswegen, boah, tu ich mich, tu ich mich schwer. Ich glaub, erstes Gefühl ist brauchbar, oder? Boah, brauchbar? Okay, ich war eher so ein bisschen bei nicht das Gelbe vom Ei. Ich nehm, ich nehm die cineastischen Matches, die nehm ich mit, weil's was anderes war für die Zeit. Das würde halt mit ner Halle nicht funktionieren. Boah, ansonsten ist das alles gesehen und vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren so viele Matches und so viele, die mich jetzt auch im Nachgang nicht interessieren. Bis auf McIntyres Titelsieg war da was vom Geschehen her in der Halle, war nichts bei, was ich irgendwie interessant fand. Also, für mich tatsächlich eher so ein Ding, wo ich sagen würde, nicht das Gelbe vom Ei. Ja, es ist halt jetzt wieder genau die Frage, die wir vorhin hatten. Nehmen wir die Umstände mit rein, wie bei WrestleMania 1, dass es die erste war. Oder sagen wir rein matchtechnisch, wenn wir uns die Kart anschauen, wir würden uns die Show heute nochmal angucken, wie würden wir es ranken. Und da bin ich ganz klar bei nicht das Gelbe vom Ei. Also, wenn ich mir das jetzt angucke, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Unter der Prämisse, mit der Erklärung, exakt wie du's gesagt hast, nicht das Gelbe vom Ei. Leider Gottes, ja. Doofe Umstände, aber am Ende des Tages nicht das Gelbe vom Ei. Wollen wir mal ein bisschen zurückgehen hier, ein bisschen ältere WrestleMania. Hast du Bock? Ja, wir können zum Beispiel, also WrestleMania 2, sag ich dir, wie es ist, hab ich nicht gesehen. Lass uns weitermachen. WrestleMania 3 hab ich nämlich gesehen. Aber, wo es mich jetzt gerade ändert, also sofort natürlich Bodyslam, Hogan und Giant. Boah, jetzt lass mich nochmal, ich muss mal die Karte nochmal nebenbei aufmachen. Ich habe diese, ich hab diese Mania auf jeden Fall mal auf dem Network einfach so, ohne dass ich's wollte, lief die dann auf einmal. Boah, da muss ich mal überlegen. Da war auf, also, Ricky Steamboat gegen Randy Savage, erinnere ich mich, das war, ähm, das war sauber. Das war wirklich sauber und die waren da auch ein Stück weit ihrer Zeit voraus. Und das heißt für mich schon mal, dass die Mania, gerade auch Hogan gegen Giant, war ja auch ein epischer Fight im Sinne von Momente kreieren. Der Bodyslam. Ähm, also, die ist auf jeden Fall für mich nicht Grütze. So, so viel, so viel kann ich schon mal, so viel kann ich schon mal sagen. So, deswegen, ja, ich kann mal die Karte durchgehen, wenn ihr möchtet. Äh, wir haben die Can-Am-Connection. Rick Martel und Tom Sank besiegen Bob Orton und The Magnificent Murakko mit Mr. Fuji. Billy Jack Haynes gegen Hercules endet im Double-Countout. Hilly Billy Jim, Haiti, Kid und Little Beaver besiegen King Kong, Bundy, Little Tokyo und Lord Littlebrook. Was ist denn hier eigentlich, Alter, Vince McMahon mit Namen zu dieser Zeit. Ist auch komplettes Desaster einfach nur. Harley Race besiegt den Junkyard Dog. Das war auch gar nicht so verkehrt, äh, glaube ich. Wobei, es waren somit die letzten Höhen des Junkyard Dogs, ne. Ähm, dann haben wir Greg Valentine und Brudos Beefcake besiegen, äh, Jacques und Ramon, die Rogue Brothers, äh, Rogue Brothers. Piper, Roddy Piper besiegt Adrian Adonis. Danny Davis und die Hart Foundation besiegen Tito Santana und den British Bulldog, oder die British Bulldogs, Davey Boy Smith und Dynamite Kid. Butch Reed besiegt Coco Beware. Ricky Steamboat besiegt Randy Savage. Honky Tonk Man besiegt Jack Roberts. Iron Sheik und Nikolai Volkov besiegen die Killer Bees. Äh, Brian B. Blair und, äh, Jim Brunsel und Hulk Hogan und Andre the Giant haben wir im Main Event, gell? Ich erinnere mich irgendwie nur an die letzten drei, also alles ab Steamboat. Die letzten vier Matches erinnere ich mich. Die davor, boah, ich glaub, da lief das Network und ich hab aber nebenbei Wäsche aufgegangen oder so. Muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen. Ja, der Klassiker. Ich kenn, ich kenn natürlich die bekannten Matches von dieser WrestleMania. Ich muss sagen, alles davor, also die, die du da vorgelesen hast, keine Erinnerung. Kann ich nicht valide ranken. Äh, Main Event und so. Klar, das hab ich gesehen. Der große Bodyslam von Hogan, äh, war schon irgendwie ein Classic. Also bis heute zieht sie das ja durch. Aber, pff, keine Ahnung. Kann ich, kann ich zu wenig zu sagen, um das wirklich gut zu ranken. Chat, lass uns den Chris mal, lass uns den Chris mal abholen. Ich wäre, glaube ich, bei nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, ich wäre bei nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, für Grütze hat sie doch zu große Momente geliefert. Und mit Ricky Steamboat ein Star geschaffen. Und Haugens Star-Status auch nochmal etabliert. Ich glaube nicht, nicht das Gelbe. Ja, Virgil sagt auch Eigelb. Papanse sagt auch, passt. Ja, komm, dann lass ihr uns zum Eigelb packen, oder Chris? Boots, machen wir. Wie wär's denn, wenn wir mal einfach so zu WrestleMania 24 gehen? Eine WrestleMania, die ich sehr gefeiert hab. Die mochte ich sehr. Die mochte ich sehr. Oh ja, Main Event unvergessen, Ric Flair, Shawn Michaels unvergessen, Money in the Bank Ladder Match unvergessen. Wirklich auch, äh, boah. Taker Edge für mich auch unvergessen. Gutes Ding. Äh, hier, Big Show gegen Floyd Mayweather, stimmt. Auch cool gewesen. Ken gegen Chavo Guerrero, äh, bis zu dem Zeitpunkt kürzeste WrestleMania-Match. Boah, ich seh auch die Card. Ich erinnere mich, die Mania hab ich auch sehr oft schon geguckt. Bestimmt schon drei, vier Mal. Weil die sehr gut geflowt ist, weil die auch nicht zu lang war. Ich glaub, die gehen nur irgendwie ein bisschen über drei Stunden oder so. Oder nicht viel mehr, vielleicht auch knapp vier. Aber die war trotzdem so gut vom Flow. JBL besiegt Finlay, Belfast Brawl. Knackige Opener. Dann das Money in the Bank Match. Super, CM Punk Gewinn. Batista besiegt Umaga. Battle for Brand Supremacy. Sieben Minuten hat gepasst. Kane, Chavo Guerrero, elf Sekunden geschenkt. Shawn Michaels, Ric Flair. Episch. Beth Phoenix und Melina besiegen Mariah Canelis und Ashley Massaro. War halt zu dem Zeitpunkt Playboy-Bunny-Mania-Lumberjill-Match. War halt zu dem Zeitpunkt leider das, wo man die Diven gesehen hat. Also Diven-Division konntest du komplett vergessen. Randy Orton, Triple H, John Cena war ordentlich. Floyd Mayweather gegen Big Show, ja, whatever. Aber Main Event Undertaker gegen Edge war nochmal richtig stark. Also, doch, auch schon sehr gut, wenn ihr mich fragt, oder? Chat ist auch eher in Richtung sehr gut unterwegs. Und kennst du das, du guckst manchmal eine Resume an, du siehst die Stage, du siehst die Lichter. Und der Vibe, der passt einfach. Das hat hier auch mit reingespielt, finde ich. Und deswegen ist es für mich ganz klar sehr gut. Also, wenn der Chat jetzt nicht gute Punkte bringt, dass wir das irgendwie niedriger oder höher ranken, würde ich sagen, dass sehr gut eigentlich der perfekte Match für WrestleMania 24 ist. Also, WrestleMania 12 war im Endeffekt prädestiniert, unter anderem. Ja, also, ich erinnere mich an, also, Triple H, das ist eine Geschichte, wurde ins Doghouse geschickt, wegen dem Curtain Call. Also, der hat vorher, bevor Kevin Nash und Scott Hall die Liga verlassen haben bei einer Hausshow, hat er quasi Kayfabe vom Publikum gebrochen und hatte, oder die Klick hat sich gezeigt vom Publikum. Das fand Vince McMahon damals nicht so gut, deswegen hat der Ultimate Warrior Hunter das Helm sie einfach in 90 Sekunden bei WrestleMania weggesquashed. Easy. Dann hatten wir natürlich The Boyhood Dream, it's come true, Shawn Michaels gegen Bret Hart, das Iron Man Match im Main Event. So, und dann Stone Cold besiegt Savio Vega, ich erinnere mich, das war damals noch ein ganz anderer Stone Cold. Ähm, Undertaker besiegt Diesel, Roddy Piper besiegt Golddust, das war, boah, das war auch so eine transphobe Scheißfäde damals. Dann hatten wir British Bulldog, Owen Hart und Vader besiegen Ahmed Johnson, Jake the Snake Roberts und Yokozuna. Und, guck mal, The Huckster besiegt den Nacho Man. Das war halt ein Skit von Billionaire Ted quasi. Und die Body Donners haben vorher noch die Godwins besiegt. Boah, also Michaels und Bret Hart ist schon stark. Die Frage ist, also sehr gut ist die nicht gewesen. Definitiv nicht. Ich sag dir straight up, ich fand, die war brauchbar. Die war wirklich brauchbar. Die ist wieder so ein Ding. Uh, Virgil im Chat sagt Grütze. Virgil im Chat sagt Grütze. Uh. Oh, okay. Ich würde brauchbar sagen, also ich fand's gar nicht verkehrt. Gerade das Iron Man Match, das zieht einiges raus. Ich meine, wann hast du mal, dass ein 60-Minuten-Irem-Match mit 1 zu 0 endet? Allein das ist ja historisch. Und Shawn Michaels gegen Bret Hart gut. Undertaker gegen Diesel ist auch ein Classic. Von daher bin ich da schon bei brauchbar. WrestleMania 12, nicht das Gelbe vom Ei, wäre jetzt mein Caller an der Stelle. Ich wäre bei brauchbar, aber ich kann die Argumentation verstehen. Und wenn Virgil auch sagt, dass es eine der schlechteren ist. Ich meine, der hat es halt zu der Zeit geguckt, wo es heiß war. Und wenn es da schon nicht abgeholt hat, ja, dann war es wahrscheinlich eher nicht das Gelbe vom Ei. Und ich glaube, da ist der Chat sich gerade auch ziemlich einig. Ich lese ja auch schon wieder nicht das Gelbe vom Ei. Ja, dann würde ich sagen, listen wir das einfach erstmal in nicht das Gelbe vom Ei. So, und ich würde gerne eigentlich direkt mit WrestleMania 13 weitermachen. Denn da hatten wir dann letzten Endes schon die erste, also da ging es in die Richtung, dass die WWF langsam gerafft hat. Okay, was wollen die Leute? Okay, Main Event war natürlich zum Kotzen. Undertaker gegen Psycho Sid. Aber Bret Hart, Stone Cold, Steve Austin, in Perfektion ein Doubleturn. In Perfektion ein Doubleturn. Das war bockstark. Also das war wirklich, Bret Hart gegen Stone Cold, Steve Austin, WrestleMania 13, absolut underrated Banger. Allein was das Character Work anging. So, wenn wir sonst noch gucken. Die Headbangers besiegen Dark Furnace und Phila Fawn. Die Godwins und die New Black Jacks. Who cares? Rocky Maivia besiegt den Sultan. Das war die Zeit, in der Rock noch irgendwie Ex-Paket kassiert hat. Hunter Stemsley besiegt Golddust in einer Viertelstunde. Owen Hart und der British Bulldog besiegen Mankind und Vader. Das war gar nicht so verkehrt. Bret Hart und Stone Cold, hab ich grad schon gesagt, war bockstark. Armit Johnson und die Legion of Doom besiegen die Nation of Domination. Chicago Street Fight und Main Event Undertaker gegen Psycho Sid. Der Street Fight war auch gar nicht so scheiße. Aber kann man sich nicht vorstellen wie in heutigen Street Fight. Aber ja, Grütze war sie nicht. Als du dir die Karte vorgelesen hast, hast du Rocky Maivia, der junge Rock gegen den Sultan, der dann später irgendwann mal zu Rikishi geworden ist. Oh Gott, da käuseln sich mir die Nackenhaare. Deswegen würde ich sagen, ist nicht das Gelbe vom Ei. Ja komm, dann lass uns auf nicht das Gelbe vom Ei gehen. Und dann haben wir diese WrestleMania an der Stelle auch einkategorisiert. So, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen was Aktuelles zum Runterkommen. Willst du eine gute Aktuelle? Ja. WrestleMania 31. Die fand ich gut. Die habe ich mir letztens erst noch angeschaut. Ja, Cashin, ne? Cashin? Sting Triple H. Oh, habe ich nicht gefeiert. Sag ich bis jetzt. Oh, hast du nicht gefeiert. Okay, krass. Nee, fand ich auch aus ... Also, nee. Nee, habe mich nicht so abgeholt. Stehe ich auch vielleicht allein da. Aber ich fand einfach, das war gegenüber der WCW und generell, wie es gebucht war, war halt schon, weiß nicht. Aber war halt sehr nostalgisch, das verstehe ich schon. Hat mich einfach damals noch nicht so abgeholt. Guck mal, aufs Maulwurf sagt für mich Grütze. Oha. Aber, oh, wir sehen eine ganz schöne Varianz, ne? Von sehr gut, Grütze brauchbar. Also, wir können es mal schnell durchgehen. Daniel Bryan besiegt Bad News Barrett, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper, R-Truth und Stardust in einem Ladder-Match IC Championship. Randy Orton, Seth Rollins. Das war für den RKO-Spot ikonisch, denke ich. Auch cool. Triple H gegen Sting war ein Nostalgie-Match. Und je nachdem, wenn ihr richtig krass Team WCW wart, dann könnt ihr euch dieses Match auch ganz schön abgefuckt haben. Aber im Endeffekt, für das, was es sein sollte, hat es ja seinen Zweck, glaube ich, schon erfüllt. AJ Lee und Paige besiegen die Bella Twins. Whatever. John Cena besiegt Rusev. Das war so der Zeitpunkt, wo ich dachte, Rusev muss doch jetzt gewinnen eigentlich. Aber hat er nicht. Dann haben wir Undertaker gegen Bray Wyatt. Da war ich enttäuscht. Und ja, der Main-Event lebte vom Cash-In. Weil Lesnar gegen Reigns war halt so ein harter, stiffer Brawl. Und dann kam irgendwann Seth Rollins. Das war so, ich weiß noch, damals haben sich alle gewünscht, dass Roman Reigns verliert. Und alle wollten eigentlich, dass Brock Lesnar gewinnt. Das war so der erste Fehlschlag mit Reigns. Und eigentlich hat Seth Rollins das richtig krass gerettet. Da hat das Mensch zum Glück danach nicht nochmal gesehen. Lesnar gegen Reigns. Also ich kann halt eine Main ja nur wegen einem RKO-Spot und einem Cash-In. Kann ich jetzt nicht sagen, die war sehr gut. Das kann ich nicht machen. Also sehr gut war sie nicht. Ich finde, Brauchbar ist schon fair. Brauchbar ist ja auch so, ist ja das unter sehr gut. Also das ist schon da eigentlich schätzbar. Fürs Ei zu gut, sagt Blitzbott. Ja, fürs Ei auch zu gut. Das würde ich auch sagen. Es ist eigentlich genau der perfekte Spot für Brauchbar. Also ich gucke mir die Resume ja heute immer noch gerne an. Vielleicht auch, weil ich weiß, was da passiert. Aber ich würde schon sagen, dass sie brauchbar ist. Es ist der perfekte Spot für Brauchbar. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Finde ich gut. Dann rein da. Machen wir. Finde ich gut. WrestleMania 33. WrestleMania 33, Main Event. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle gar nicht so gerne. Roman Reigns besiegt den Undertaker. No-Halls-Bart-Match 23 Minuten. Das war die aufgezwungenste Kacke, die ihr euch vorstellen könnt. Und war eigentlich nur emotional wegen dem Abgang vom Taker. Danach hat Roman Reigns irgendwie gar nicht geholfen, fand ich. Und ansonsten. AJ Styles besiegt Shane McMahon. Hätten wir gar nicht gedacht, dass das so gut wird. Kevin Owens besiegt Chris Jericho. Bayley besiegt Charlotte, Nia Jax und Sasha Banks. Die Hardy Boys. Riesenreturn. Besiegen Cesaro und Sheamus. Enzo Amore, Bequez, Luke Gallows, Carl Anderson. Four-Way-Leader-Match. John Cena und Nikki Bella besiegen The Miz und Marie. Seth Rollins besiegt Triple H. Das war's auch nicht. Randy Orton besiegt Bray Wyatt. War komplett scheiße. Brock Lesnar besiegt Goldberg. War besser als gedacht, aber ging halt auch nur knapp fünf Minuten. Naomi, boah. Naomi siegt über Alexa Bliss, Becky Lynch, Carmella, Mickie James, Natalia. Und Main Event Reigns gegen Undertaker. Ich sag euch was. Boah. Ey, wenn der Hardys-Moment nicht wäre, würde ich jetzt sagen Grütze. Jetzt schwanke ich zwischen Grütze und Ei. Ich schwanke zwischen Grütze und Ei. Ja, der Main Event zieht halt schon einiges runter. Also die Niederlage von Undertaker. Oi, 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 oi. Das war übel. Das war schon übel. Ich überlege gerade. Grütze, ist die auf einem Level? Es ist irgendwie auch so ein bisschen auf dem Level mit WrestleMania 27. Also man könnte auch Grütze überlegen. Aber ich glaube, davon war der Hardys. Die war eine Folter am Ende. Und wei... Weißt du, was das Problem bei der Mania war? Dass die Matches auf der Card okay aussahen, aber alle einfach nicht so delivered haben. Das war so das Ding. Ne, mit KO gegen Jericho und Seth gegen Triple H und keine Ahnung. Das hat irgendwie alles nicht so gehittet. WrestleMania 33. Boah, die Leute werden uns hassen. Die Leute werden uns hassen, dass wir sagen, das ist eine Grützen-Mania. WrestleMania 19. WrestleMania 19. Schwierig. Also WrestleMania 19 war natürlich berühmt, berüchtigt für den Main Event. Brock Lesnar, Kurt Angle. Schwierige Geschichte. The Rock besiegt Stone Cold Steve Austin. Das war das dritte Aufeinandertreffen. Das war nicht im Ansatz so geil wie die davor. Hulk Hogan besiegt Vince McMahon in dem Street Fight. Triple H besiegt Booker T. Allein das war so eine rassistische Drecksfarce. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Shawn Michaels besiegt Chris Jericho. Team Angle besiegt Rhino, Chris Benoit und die Los Guerreros. Trish Stratus besiegt Victoria und Jazz. Der Undertaker besiegt Big Show und A-Train. Matt Hardy besiegt Ray Mysterio. Also Rock und Austin war nicht scheiße, aber es konnte einfach nicht an die krasse Erwartungshaltung von den vormaligen Matches anknüpfen. Dementsprechend, Rock und Stone Cold Steve Austin war für das, was es sein sollte, brauchbar. Lesnar und Angle. Boah, jetzt muss ich nochmal überlegen. Das war ja fünf vor den Nackenbruch, ne? Ja, quasi. Quasi. Der ist Shootingstar und schön draufgedotzt, das war schon krass. Ich glaube, ich mochte das Match aber insgesamt. Ich glaube, ich fand's gut. Das Match war schon gut, ne? Das Match war schon gut. War halt auch viel Politik-Scheiße trotzdem wieder, ne? Ja, das stimmt schon. Boah. Ja doch, ich setz mich fest, brauchbar. Ja, ich geh mit, komm, ich geh mit. Ich geh mit. WrestleMania 22. Die hab ich, das war mit die erste WrestleMania, die ich wirklich auch, äh, zu ihrer Zeit damals so gesehen habe. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, Undertaker-Mark-Henry-Casket-Match hab ich mir eingeschissen vor Angst damals. Ähm. Diese Big-Time-Mania. Also, dieses Casket-Match, ich fand's natürlich krass, aber es war gar nicht so krass. Ich geh immer schnell die Karte durch. Big Show und Kane besiegen Carlito und Chris Masters. Rob Van Dam besiegt Bobby Lashley, Finlay, Matt Hardy, Rick, Flashhead und Benjamin. JBL besiegt Chris Benoit. Edge besiegt Foley. Boogieman, also Edge und Foley war krass. Ähm. Das war, ne? Spier durch den Tisch und Reißzwecken und so weiter. Das Match haben wir, glaub ich, alle schon mal gesehen. Wer nicht, der sollte sich das angucken. Tolles Hardcore-Match. Boogieman besiegt Booker T. War ein Quatsch-Match. Mickie James besiegt Trish Stratus. War zu ihrer Zeit, äh, ein Women's-Match, was seine, also was generell seiner Zeit voraus war, fand ich. Taker gegen Henry ging 10 Minuten. Shawn Michaels gegen Vince McMahon, ja, war halt auch so Story, aber war gar nicht so scheiße. Rey Mysterio-Sieg war krass. So ein John Cena gegen Triple H im Main Event war halt, da hab ich nicht mehr so die positive Erinnerung. Da weiß ich, hab ich mich gelangweilt. Aber Rey Mysterio fand ich krass, Undertaker fand ich krass, Frauen hab ich damals das erste Mal als wrestlende Individuin wahrgenommen. Edge gegen Mick Foley war sauber. Die ist auch mal mindestens brauchbar, oder? Ich bin hier auch wieder bei brauchbar. Halt eben die Matches, die du angesprochen hast, da war schon gut was bei. Edge, Mick Foley war wirklich cool. Ähm, ich fand sogar das Vince McMahon-Match gegen Shawn Michaels, selbst das fand ich nicht kacke für die Zeit. Das hatte ja einen guten Aufbau mit Spirit Squad, etc. Ich fand das nicht verkehrt, also das kannst du dir schon anschauen. Rey Mysterio, das war ein großer Moment, sehr großer Moment. Von da ist es für mich eine brauchbare WrestleMania, weil sehr gut, da reicht's dann für mich tatsächlich nicht für. So, was ich eigentlich nämlich jetzt fragen wollte, wo packen wir WrestleMania 20 hin? Ähm, natürlich ikonische Bilder am Ende, ne? Ikonische Bilder am Ende, wie Eddie Guerrero und Chris Benoit feiern. Das war auch noch mal, war so der Weg in eine neue Ära für die, für die WWE damals. Man hat mit den neuen Champions wirklich Statements gesetzt, dass die Zeit der Big Man an sich vorbei sein kann. Man hat mehr so eine Transformation eingeleitet, aber natürlich wussten Chris Benoit und Eddie Guerrero auch, sie können nur bestehen, wenn sie trotz ihrer Größe sehr buffed sind, wenn sie wirklich breit sind. Und das, äh, ja, war ja im Nachgang auch nicht, nicht so gut. Ähm, wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Also, John Cena besiegt Big Show, United States Championship. Rob Van Dam und Booker T besiegen, äh, Garrison Cade, Marc Jindrek, Dudley Boyce und La Résistance, Rene Dupree und Rob Conway. Gar keine Erinnerung. Auch nicht. Christian, Christian besiegt Chris Jericho, Evolution besiegt die Rock and Sock Connection, Orton, Batista und Flair gegen Rock und Mick Foley, Handicap Match, das war zu seiner Zeit gar nicht so scheiße, fand ich. Tori Wilson und Sable gegen Miss Jackie und Stacey Kiebler, das war wieder, ja, Playboy Evening Down Women's Match. Chavo besiegt, äh, in, Cruiserweight Open, äh, besiegt der Akio, Billy Kidman, Funaki, Jamie Noble, Nunzio, Rey Mysterio, Shenan Mourta, Jiri und Ultimo Dragon. Da hat man einfach so ein paar WC-Wähler noch verjobbt, die scheinbar noch Verträge hatten. Goldberg besiegt Brock Lesnar, das war, boah, Stone Cold Steve Austin als Special Guest Referee, die waren damals, waren nicht beide auf, das waren auch beide auf dem Weg nach draußen, oder nicht? Oder wie war das? Nee, Goldberg gegen Lesnar, war das die? Das war auf jeden Fall eine, eine gute Mania. Also auf jeden Fall über nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Boah, schieben wir die auch zu brauchbar? Würde ich fast sagen. Also ich weiß nicht, sehr gut ist halt schon, ist schon ein krasses Tier, ne? Da muss die Mania schon krass abgeliefert haben und hier gab es schon ein paar Stinker, muss man leider sagen. Von daher war es eher eine brauchbare, aber das auch hier, ne, wenn wir jetzt ein Mitteltier hätten, was einfach nur gut hieße, dann wäre das wahrscheinlich eine gute Mania. Ja. Aber wir müssen es zu brauchbar packen. Ich glaube, brauchbar, äh, brauchbar kann man machen. Brauchbar war sie, ich fand sie nur zu lang. Brauchbar, ja komm, dann hau sie zum brauchbar rein. Alles klar, 20, einmal zu brauchbar. So, WrestleMania 6, die habe ich nämlich gesehen, so. Die habe ich auch gesehen. So, WrestleMania 6 ist ja schon, das war so eine, von den Sachen, die ich als erstes mit nachgeschaut habe, WrestleMania 6 und WrestleMania 3, somit die größten, weil Warrior gegen Hogan kommst du nicht drumherum. Äh, Match 25 Minuten lang auf, wirklich auf alles durchgetaktet. Jeder Schritt war einstudiert, geprobt und geskriptet. Ähm, ja. Die Card war ewig lang. Die Card bestand aus 15 Matches. Es war lächerlich, also 14 Mainshow-Matches. Rick Martell besiegt Coco Beware. Demolition besiegt The Colossal Connection. Earthquake besiegt Hercules. Brutus Beefcake besiegt Mr. Perfect. Roddy Piper besiegt Bad News Brown. Hart Foundation besiegt Die Bolsheviks. Barbarium besiegt Tito Santana. Dusty Rhodes und Sophia gegen Randy Savage und Queen Sherry. Orient Express besiegt die Rockers. Jim Duggan besiegt Dino Bravo. Ted DiBiassi besiegt Jake Roberts. Big Bossman besiegt Akim. Rick Root besiegt Jimmy Snooker und Warrior gegen Hogan. Boah. Also Main Event war schon für so ein komplett geskriptetes Match von zwei Stars, war das glaube ich schon was sehr Prägendes, auch für viele Kinder zu seiner Zeit. Aber der Rest, der Rest. Das war's nicht. Ich hab die auch in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit geguckt. Und jetzt musst du dich mal festhalten, also du hast das in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit geguckt. Ich seh hier grad die Matchzeiten, ne? Ja. Und nach drei Minuten 51, Earthquake gegen Hercules vier Minuten, dann hatten wir Matches mit 19 Sekunden, vier Minuten, sieben, sieben, vier, das waren alles keine Langdinger, anderthalb Minuten oder 1,49. Das waren so kurze Matches. Also da können wir auf jeden Fall nicht von einer sehr guten Mania reden. Da müssen wir schon weiter runter und ich würde tatsächlich noch unterbrauchbar gehen und ins Ei. Ich würde ins Ei springen. Ja, wir lassen uns ins Ei springen. Wir haben unseren Eisprung. Ja, wir springen ins Ei. WrestleMania 6, Eisprung Mania, finde ich, da passt sie gut hin. Jetzt mal wieder die neueren Manias, wo wir auch ein bisschen mitreden können. Let's go. So, was halten wir denn von, so, Übergangs-Mania, WrestleMania 37, WrestleMania 37, die in so einem halbvollen Stadion stattgefunden hat nach der Pandemie, wo man versucht hat, mit so Sicherheitsabstand im Regen, ne? Ich hab Samoa Joe im Regencape als erstes vor Augen. Ich auch. Der saß da noch am Pult an dem Abend, aber hatte auch ein Match, ich glaub beides tatsächlich. Ja. Boah, Randy Orton gegen Bray Wyatt, das war doch das mit der Schlotze, oder? Randy Orton gegen Bray Wyatt. Samoa Joe übrigens kein Match. Ja, das war der Opener von Night 2. Da kam wieder ein bisschen WrestleMania-Feeling auf. Boah, für mich war die, boah, für mich war die, glaub ich, nicht mal brauchbar, oder? Lass mal überlegen. Bobby Lashley besiegt Drew McIntyre, dann Termina und Natalya gewinnen Tag-Team-Turmoil. Cesaro besiegt Seth Rollins, das war ganz gut. AJ Styles und Ormos besiegen New Day, das war Quatsch. Braun Strowman besiegt Shane McMahon. Bad Bunny und Damian Priest gegen The Miz und John Morrison, Showstealer. Und Bianca Belair und Sasha Banks war auch gut. Also Night 1 war brauchbar. Und Night 2, Randy Orton, Bray Wyatt war im wahrsten Sinne des Wortes Grütze. Naya Jax und Shayna Baszler besiegen Termina und Natalya, weiß ich nicht. Kevin Owens besiegt Sami Zayn, neun Minuten. Sheamus besiegt Riddle, erinnere ich mich, war gut. Apollo Crews, Big Ewa, Nix, Rhea Ripley gegen Asuka war okay. Und Roman Reigns, Bryan und Edge war beides brauchbar. Ich glaube, es ist eine brauchbare Mania, oder? Würde ich auch sagen. Das klingt auf jeden Fall so. Und ich habe ein paar Sachen echt gut in Erinnerung. Gerade den Main Event, der war super. Ansonsten war vieles dabei, was mindestens gut war. Für mich war es auf jeden Fall brauchbar. Weit weg von sehr gut, aber auch weit weg von nicht das Gelbe von Mai. Das sind zwei jüngere Kaliber. Das ist, glaube ich, nicht verwerflich, dass wir nicht alle gesehen haben. Ja, ich bin ja 97er. Ich glaube, du auch, ne? Wir sind beide 97er. Ja. Siehst du, wir sind beide 97er, von daher eine ähnliche Zeit gewesen. Aber schreibt auch gerne in die Kommentare auf YouTube, was waren so eure Top 3 besten und Top 3 schlechtesten Manias. Lasst uns da gerne ein bisschen drüber quatschen und interagieren. Und dann schauen wir mal, ob wir uns da einig werden oder nicht. Vielleicht habt ihr auch ganz, ganz andere Manias in euren Listen, die wir hier vielleicht schlecht ranken oder gut ranken. Das wäre ganz interessant zu sehen. Wie wäre es denn mit WrestleMania 23? Okay. Undertaker gegen Batista im Main Event war bockstark, weiß ich. Und die Mania war sehr schnell bei den Tickets ausverkauft. Das heißt, es war von den Ticketverkäufen eine der Besten ihrer Zeit. 23, erster Impuls wäre sehr gut, tatsächlich. Erster Impuls wäre sehr gut. Habe ich auch ein Gefühl. Das war so mit einer der ersten, wie gesagt, so um die 20er rum, die ich dann so richtig, richtig live gesehen und also richtig wahrgenommen habe, sage ich mal. Und ich habe die auch gut in Erinnerung. Wir hatten Shawn Michaels gegen John Cena, meine ich. Gut, wir hatten auch ein bisschen Donald Trump-Quatsch, aber das gehört bei WrestleMania dann auch dazu. Ja, aber insgesamt schon eine sehr gute Mania, würde ich sagen. Du sagst, die Tickets haben sich auch verkauft. Das heißt, die Mania war da heiß, generell WWE. Ja, war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ey, ich überlege, ob ich, also, ja, ich glaube, WrestleMania 23 ist bei mir sehr gut. Doch, wenn ich mir das jetzt auch nochmal so angucke. Also, Main-Event-Box stark. Die habe ich auch auf jeden Fall komplett so gesehen. Money in the Bank-Match war super. Selbst sowas wie Kali gegen Kane hat mich damals abgeholt. Ich gehe auch mit sehr gut, tatsächlich. Ja, doch, ich bin auch sehr happy. Und ich denke, wir können die, ich kann die guten Gewissen zu sehr gut packen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, sage ich mal. So, jetzt lass uns doch mal WrestleMania 29. WrestleMania 28 haben wir ja schon. WrestleMania 29. So, Cena gegen The Rock einfach ein zweites Mal. Das haben sie auch schon ein Jahr vorher oder so festgemacht, ne? Ja. Ich erinnere mich, Undertaker gegen CM Punk. Das war mein Mania-Match bei dem. Weil ich habe echt gedacht, Punk muss eigentlich die Streak jetzt sogar brechen. Und, boah, Punk-Taker war bockstark. Ansonsten Fandango gegen Chris Jericho. Das war ein Phänomen, wenn ihr euch erinnert. Wie im Nachhinein der Fandango-Theme-Over gegangen ist. Danach auch eine der besten Raw-After-Manias, an die ich mich erinnern kann. Können wir kurz gucken. The Shield besiegt Big Show Randy Orton und Sheamus. Mark Henry besiegt Ryback. Team Hell No besiegt Big E und Dolph Ziggler. Da war AJ Lee ganz groß mit dabei. Dann Fandango, Chris Jericho. Alberto Del Rio besiegt Jack Swagger. Ganz böse. Undertaker CM Punk überragend. Triple H gegen Brock Lesnar fand ich auch echt nicht schlecht, muss ich sagen. So, und John Cena gegen The Rock. Hey, Freunde, also, schlecht war sie nicht. Also, die letzten beiden Matches waren, wobei, also, Cena gegen Rock, würde ich eigentlich sagen, war maximal brauchbar. Triple H gegen Lesnar war schon ordentlich. Boah. Ja, brauchbar bis sehr gut, oder? Für mich eher brauchbar. Wobei, ich fand die Stage wunderschön. Erinnerst du dich, da war die? Nee, die war brauchbar, ihr habt recht. Und so was. Das war schon schön. Aber, ey, die Matches, das war eher brauchbar. So, Chris. Ich bin jetzt bei WrestleMania 21. WrestleMania goes Hollywood. Oh yeah, let's go. Da bin ich gerade. Boah. Aber weiß doch nicht so. War auf jeden Fall eine relativ knackige Mania. Aber das hieß dann Triple H im Main Event. Wir hatten John Cena gegen JBL. Die hatten ja generell zu dieser Zeit eine ganz schöne Blutsfäde. Wir hatten das Sumo-Match mit Big Joe und Akebono. Kurt Angle, Shawn Michaels war bockstark. Undertaker, Randy Orton fand ich bockstark damals. Auch eine geile Fede, die dahin geführt hat. Und auch das Money in the Bank, das erste Money in the Bank-Leader-Match war schon ... Es hat schon History geschrieben. Vergiss mir nicht Ray gegen Eddie. Ray gegen Eddie war auch noch auf der Card. Das war schon eine sehr gute WrestleMania. Es ist so mein erstes Bauchgefühl. Ich würde sagen, das war schon eine sehr gute WrestleMania. Die war sehr gut. Die war sehr gut. Da einigen wir uns. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, dann gehen wir jetzt noch einmal in die Modern-Era. Hast du Bock auf eine, die ich auch persönlich sehr gut fand? WrestleMania 30. WrestleMania 30. Sehr gut. Boah. Sehr gut. Ist mein erstes Bauchgefühl. Muss ich sagen. Wir hatten den Schocker mit Undertaker gegen Lesnar. Schocker gewesen, dass er verloren hat. Ja, weiß nicht, ob ich das gut fand. Also Danielson war die Klammer. Danielson war ... Oh, guck mal. Guck mal hier, Final Boss. Ja. Also ich glaube, WrestleMania 30 war erstmal eine, wo vielleicht viele eingestiegen sind. Deswegen war es für die so die ... Was für uns so WrestleMania 24 rum war, war, glaube ich, für viele auch so WrestleMania 30 jetzt. Wir reden vom Jahr 2014. Das sind so die, die dann die NXT-Generation auch richtig viel mitbekommen haben. Ich glaube, das ist so eine ganz gewisse Altersgruppe. Ich fand ... Also die Klammer mit Bryan Danielson war super. Aber sonst ... Also Brock Lesnar gegen Undertaker war als Match eine Farce. Das Match war eine absolute Farce. Ja. The Shield gegen Kane und New Age Outlaws, sorry. Cesaro gewinnt die Battle Royale. Das war gut. Das war ein Moment für Cesaro. Auch mit dem Spot mit Big Show. Hat er ihn übers Rope geschmissen. Das war cool. Cena gegen Wyatt hat mich enttäuscht. Cena Wyatt hat mich enttäuscht seinerzeit. Weiß ich noch. Boah. Also wenn ich mir das jetzt angucke, dann haben wir noch AJ Lee besiegt in einem Divas-Championship-Match. Vicky Guerrero-Invitational. Hör mir auf. Ähm, das kam nach Brock Lesnar und Undertaker. Die hatten's so schwer. Und durch die Undertaker-Streak hat man noch ein bisschen, glaube ich, sogar den Main-Event runtergezogen. Also, die beiden Danielson-Matches waren super. Cesaro, netter Moment. Aber beim Rest, also, ich weiß, ihr seid gerade hier in Richtung sehr gut. Ich bin bei höchstens brauchbar. Höchstens. Ich geh nicht drüber. Wow. Also der Chat ist sich fast bei Final Boss einig. Also das ist ein Diskussionspunkt. Ich bin auf jeden Fall bei sehr gut. Auf jeden Fall bei sehr gut. Ich bin bei brauchbar maximal. Guck dir, guck's dir doch mal an. Also was ist denn qualitativ? Wo sagst du qualitativ? Ist die auf einem sehr guten Niveau? Guck dir mal gerade WrestleMania 21 an, was wir besprochen haben. Da waren fünf Matches oder so, wie wir gesagt haben, geile Scheiße. Hier reden wir von den beiden Danielson-Matches und von einem guten Moment mit Cesaro. Ja, ist geil. Ich fand auch das mit Lesnar, klar, es war scheiße, dass Undertaker bei WrestleMania verloren hat. Aber als Schocker, wie es dann umgesetzt wurde, wie du die Klaute filmst hast. Aber das Match war doch scheiße. Ja, es geht ja um den Moment. WrestleMania kreiert Momente und manchmal nicht nur gute Matches. Das ist halt einfach so. Und das war ein heftiger Moment. Es war ein prägender Moment. Und auch der elevated diese WrestleMania für mich. Also für mich ist es ganz klar eine sehr gute WrestleMania. Ganz klar. Brauchbar. Guck mal, was wir hier im Brauchbar haben. Du kannst doch eine WrestleMania 30 nicht mit einer 29 oder sowas auf ein Tier stellen. Doch. Boah, nee. Finde ich gar nicht. Doch. Also klar, die ist im Brauchbart hier weiter oben. Aber nicht mehr als brauchbar. Boah, für mich auf jeden Fall eine sehr gute Mania. Boah, ich weiß nicht. Irgendwie riecht es so ein bisschen nach Abstimmung. Ich finde, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um eine Abstimmung in den Chat zu droppen. Ich bin sehr gespannt. Dann landet Mania 30. Dann machen wir einmal Final Boss. Wir machen einmal sehr gut. Wir machen Brauchbar. Dann machen wir nicht das Gelbe vom Ei. Ja, und den Rest kannst du weglassen, oder? Ich mache einen Grütze. Nimm Grütze mit rein. Warum nicht? Wenn einer Grütze machen will, dann ist es Grütze. Aber zwei Minuten Umfrage läuft. Guck mal, der Chat hat entschieden. 56%. 56%. 56%. Ganz klar kommen wir hier. Da stehe ich nicht hinter. Stehe ich nicht hinter. Dann packst du sehr gut, aber stehe ich wirklich nicht hinter. Ich sage, WrestleMania 30 ist brauchbar. Nicht mehr und nicht weniger. Machen wir weiter mit der nächsten. Ja, machen wir besser weiter. Ich kriege das mal. Ich kriege es, also sorry, das, nee. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Unfassbar wirklich. Naja, komm, gehen wir mal ein paar Jährchen zurück. Lass uns mal hier zu WrestleMania X. WrestleMania 10. Leather Match. Michaels gegen Razor. Ja. Ähm, ja. Ja. Also das Leather Match war auf jeden Fall wirklich sauber. Was haben wir noch so? Owen Hart und Bret Hart, das Brother Match. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ähm, Randy Savage gegen Crush, erinnere ich mich. Hat mich aus irgendeinem Grund auch positiv abgeholt. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht mehr warum. Yokozuna gegen Lex Luger. Die Q, dann Earthquake gegen Adam Bombs. Natürlich auch ein Stück weit Quatsch. Und Bret Hart und Yokozuna im Main Event. Das ist brauchbar. Da hast du brauchbar. Da war schon ein bisschen was dabei. Ja, unteres Level von brauchbar. Ja, würde ich sagen. Irgendwas zwischen brauchbar und Ei. Hart gegen Hart, finde ich, pusht es auf jeden Fall eigentlich, glaube ich, langsam aus der Ei-Zone raus. Brauchbar wäre ich da mal. Hier kann es brauchbar von mir aus machen. Ja, für mich ist es das Leather Match tatsächlich. Wo ich sage, das war schon sehr geil. 25. Wir gehen zu 25. Taker Michaels sofort. Ähm, boah, da war diese ewig lange Triple H gegen Randy Orton Fede mit Einbrechen und so, ne? Genau, wo er da ans Haus gejumpt ist mit dem Sledgehammer. Also Undertaker, Shawn Michaels, eines der besten Wrestling-Matches der WrestleMania-Historie. John Cena, Big Show und Edge. Überragendes World Heavyweight Championship-Match. Der AA gegen, ähm... Gegen beide. Gegen Edge und Big Show zusammen. Matt Hardy gegen Jeff Hardy. Extreme Rules-Match. Da hat sich Jeff, glaube ich, die Hand gebrochen. War das da? Oder... Ne, das war erst bei Extreme Rules dann, glaube ich. Das war erst später. Ähm. Das war aber auf jeden Fall auch... Ja, war schon ordentlich. Der Rest ist halt... Gut, CM Punk gewinnt Money in the Bank Leather-Match. Aber an das Match habe ich nicht so viele Erinnerungen. Ähm... Gab's auch schon mal. Santina Marella gegen Beth Phoenix. Chris Jericho besiegt. Äh, Jimmy Snooker, Ricky Steamboat, Roddy Piper. Das war gar nicht schlecht. Das weiß ich noch. Das war gar nicht schlecht, das Match. Hat Steamboat nicht dann bei Raw nochmal ein Match bestritten? Oder wie war das dann? Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass ich das Match im Nachgang gar nicht verkehrt fand. Also, die alten Männer haben nochmal gut was rausgehauen. Undertaker und Michaels. Boah. Boah. Ja, zwischen sehr gut und brauchbar. Also, ich sag dir, wie es ist. WrestleMania 25 ist für mich an sehr gut näher dran als WrestleMania 30. Ja, ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Also, ich würde WrestleMania 25 tatsächlich auch sehr gut packen. Alleine dieser Main Event. Also, das ist wahrscheinlich mit eines der besten Matches, die wir je in der WWE gesehen haben. Von daher... Ja, Undertaker, Shawn Michaels war nicht Main Event, ne? Das war das 26. Das war das vorletzte. Äh, vorvorletzte Match sogar nur. Ach so, Triple H oder so war Main Event. Das ist noch spannend. Triple H und Randy Orton. Und das war lang. Das war sehr, 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 sehr lang. Ja, aber Taker Michaels, ne? Aber Cena war gut. Taker Michaels war gut. Rey Mysterio gegen JBL war einfach nur ein schneller Squash. Ich erinnere mich, da hat Rey Mysterio Joker-Gear gehabt. Matt Hardy gegen Jeff Hardy war okay. Ja. Zwischen brauchbar und sehr gut. Das ist schwierig. Ich bin auch ein bisschen 50-50 am Überlegen. Ich glaube, ich sag sogar brauchbar. Ich glaube, ich sag sogar ... Also, weil ja, Taker gegen Michaels war ultra, aber das war in vier Stunden das, was mit Abstand am heftigsten herausgestochen ist. Aber zwischendurch fällt es auch schon ... Ich glaube, gerade so noch brauchbar. Es ist gerade so brauchbar. Gerade so. Brauchbar mit Tendenz nach oben, ne? Ja. Brauchbar mit Tendenz nach oben. Das ist schon brauchbar ganz gut. So, jetzt müssen wir aber direkt mal WrestleMania 26 machen. Hatte einen geilen Theme-Song. Aber sonst ... Ich erinnere mich an einen Edge-Spear über die Tische. Hat sich Edge dann nicht verletzt bei WrestleMania 26? Der hat sich doch gegen Chris Jericho in dem Match verletzt, meine ich. Natürlich Undertaker, Shawn Michaels im Main Event war brutal. Cena gegen Batista ging so. Jericho gegen Edge war fast ein bisschen enttäuschend. Bret Hart gegen Mr. McMahon. Rey Mysterio, CM Punk war nicht so geil. Triple H, Sheamus war nicht so geil. Das Ladder-Match war in dem Jahr aber ganz gut mit Jack Swagger. Randy Orton besiegt Cody Rhodes und Ted DiBiassi. Oh, Legacy-Match, ja. Showmiss besiegt Morrison und R-Truth. Boah. Boah. Nee. Die ist dann eher nicht das Gelbe vom Ei, weil auch hier ... Aber nee, mit Undertaker und Michaels im Main. Die ist für mich ... Wollte ich gerade sagen, das überschattet. Das überschattet. Aber dann könnten wir darüber diskutieren, 25 in sehr gut und 26 in brauchbar zu packen. Das ist dann die Diskussion, weil 25 fand ich schon besser als 26. Weiß ich nicht. Schwierig. Ja, es ist schwierig. Boah. Jetzt zum Ende, Freunde. Jetzt, so langsam aber sicher, trennt sich Spreu vom Weizen. Das ist sackhart jetzt. Sack schwer. Boah, hau sie in brauchbar rein. Aber ... Irgendwas in mir, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas sträubt sich so ein bisschen, aber nicht stark genug. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal WrestleMania-Matches ranken. Wir müssen irgendwann mal die einzelnen Matches ranken und dann ... Die Main-Events nur. Genau. Habt ihr denn, also wie, vielleicht mal an der Stelle kurze Frage an den Chat, wie gefällt euch denn dieses Tierlist-Format und das Diskutieren? Wollt ihr das öfter sehen? Habt ihr Bock drauf? Sagt ihr, es ist Quatsch? Wollt ihr weniger, mehr? Das wäre für uns ein ganz guter Anhaltspunkt für die Zukunft. Da können wir nämlich ein paar Streams noch planen. Was ist das ganz links, was du da noch offen hast? WrestleMania 11. Das müsste WrestleMania 11 sein, ja. Erste Impuls-Grütze. Erste Impuls ist Grütze. Ich kann dir auch sagen, warum. Das war eine der ersten Manias, die ich im Money Night War geguckt habe. Main-Event Lawrence Taylor gegen Bam Bam Bigel oder vor Diesel gegen Shawn Michaels, Bret Hart, Bob Beckland, Owen Hart und Yokozuna besiegen Smoking Guns, Undertaker besiegt King Kong, Bundy. Nee, das war nix. Sorry. Das ist, das ist, also, Lex Luger und British Bulldog besiegen die Blue Brothers, Razor Ramon besiegt Jeff Jarrett via DQ, DQ-Finish in 13,5 Minuten. Um Himmels Willen. Nee, Grütze. Sorry. Ja, weg damit. Butter das da unten rein. Aber hör mal. Das andere, was du da hast, ist das WrestleMania 13 mit dem Würfel da? Das ist 14. Müsste WrestleMania 14 sein. Das war so langsam die Mania, wo Austin angefangen hat, wirklich aufzublühen. Das war das mit Tyson, ne? Das war doch der Wendepunkt. Ja, das war mit Tyson. Das war das mit Tyson, ja. Ja, das war der, das hat den Wendepunkt des Monday Night Wars eingeleitet. Der Abgang von Bret Hart, das war der Anfang vom Wendepunkt des Monday Night Wars. Weil die WWF gewusst hat, was sie wollen. Sie haben Austin zum Star gemacht, Shawn Michaels Ära beendet, Mike Tyson mit reingenommen, Brutalität, Härte. Boah, und wenn ich jetzt trotzdem nochmal auf die Kart gucke, also. LOD 2000 gegen Midnight Express, nicht wirklich erwähnenswert. Takamichi Noko Aguilar, nicht erwähnenswert. Hunter x Helmsi, Owen Hart war okay, aber zog sich, weil die Hunter x Helmsi Matches zu der Zeit noch vom Gimmick gelähmt waren. Mark Merrow und Sable gegen Luna und Goldtust besser als man denken könnte. Wirklich besser als man denken könnte. Das hat schon wirklich gut funktioniert. The Rock gegen Ken Shamrock, DQ hat auch besser funktioniert, weil es dem Charakter von The Rock geholfen hat. Deswegen klar, fünf Minuten DQ-Finish bei Mania, aber war gar nicht so scheiße. Cactus Jack und Chainsaw Charlie gegen New Age Outlaws, gut, das war so halb gut. Das fand ich gar nicht so scheiße. Undertaker und Kane, das war ja das Debüt von Kane, ne? Wir erinnern uns, der hat dafür gesorgt, dass der Taker nicht zu WrestleMania fährt. Die Fede war schon, gerade auch mit Kane und so, das war schon sauber. Da war auch noch gar nicht so wirklich bekannt mit Paul Barra, welche Rolle hat der und so weiter. Da hat man noch angefangen, diese Geschichte zu erzählen, Eltern im Haus verbrannt und so. Das war auch nicht, also das Match war nicht geil, aber gut genug. Und Austin gegen Shawn Michaels mit Tyson, Match war auch nicht so krass, aber lebte von den Momenten. Das war eine Mania, die von den Momenten gelebt hat. Die ist schon mindestens brauchbar. Ich sage, die ist mindestens brauchbar. Chad, was sagt ihr? WrestleMania 14. War sehr wichtig in Money Night War. Für mich auf jeden Fall nicht gut genug, für sehr gut, aber brauchbar. Nee. Ja. Wollen wir brauchbar machen? Ja. Also wenn ich hier schaue, was wir bei nicht das Gelbe vom Ei drin haben, da war die schon besser. War schon eine der Besseren. 35, hast du Bock? Boah, das war die mit diesem Giga-Screen, ne? Die habe ich irgendwie, oh, die war, hm, weiß ich nicht, wie die war. Hat mir, glaube ich, nicht so zugesagt. Vor allem war die, also, war das nicht die längste? Die war doch gottlos. Diese WrestleMania war doch gottlos. Am Ende von Ronda Rouseys Sieg habe ich überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Nee, Becky Lynch hat ja sogar gebraucht. Ich sage ja, ich habe nichts mehr mitgekriegt, Freunde. Ja, da war einiges drin, was nicht so geil war. Rollins gegen Lesnar Opener war ganz cool. Danach ging es auch, danach ging es auch wirklich bergab. Also, ich erinnere mich an Batista gegen Triple H, das hat auch nicht so gehittet, dass er ja den Ring gestolpert. Und darunter haben halt Samoa, Joe und Ramos, Thürich zum Beispiel gelitten. Nur eine Minute Match. Roman Reigns besiegt Drew McIntyre, Random. Baron Corbin besiegt Kurt Angle. Hör mir auf. Finn Balor gegen Bobby Lashley. Also, nee, boah, ich glaube, ich glaube sogar Grütze. Bei der Länge ist das Grütze. Das ist Grütze. Freunde, es tut mir leid. Wir hatten hier halt nicht eine Sache, die wirklich krass rausgestochen ist. Und wenn du das bei über 5 Stunden Showlänge hast, dann ist es einfach Grütze. Also, das muss man so sagen. Ich habe kein Argument dafür, Grütze zu packen. Fürs Ei reicht es nicht. Das Ei hat hier auch seinen Stellenwert, ja? Ja. Da können wir auch nicht alles einfach reinschieben. Deswegen, auch die Frauen im Main Event, tut mir leid, die sind total untergegangen. Nachdem die Veranstaltung gegen 0.30 Uhr Ortzeit beendet war, kam es zu großen Problemen beim Heintransport. Mehr als drei Stunden mussten die Besucher im strömten Regen auf ihren Transport zurück nach New York City warten. Laut Jim Smith, dem Sprecher der verantwortlichen New Jersey Transit, hätte die WWE kurzfristig entschieden, ihre Veranstaltung erst gegen 0.30 Uhr enden zu lassen, sodass die New Jersey Transit keine Gelegenheit hat, ihre Transportwege zu koordinieren. Ursprünglich sollte die Veranstaltung schon gegen Mitternacht enden und bis etwa 1 Uhr alle Leute abtransportiert sein. Durch die Verlängerung des Events der WWE musste die New Jersey Transit drei ihrer sechs Mitarbeiter-Teams in den Feierabend schicken, da diese aufgrund von bundesstaatlichen Beschränkungen ihre täglichen Arbeitsstunden überschritten hätten. Dadurch stand der New Jersey Transit weniger Busse und weniger Bahn zur Verfügung und die Abfahrtsintervalle verlängerten sich erheblich. Aber stimmt, Kofi Mania haben wir vergessen. Das war ein Lichtblick. Das war der einzige Lichtblick. Das war das Einzige, was an dieser Show, das ist das Einzige, was diese Show vor, vor einem neuen, vor einem neuen Level vielleicht schützt. Also ich gucke jetzt hier nochmal, ja, Kofi Kingston und Daniel Bryan irgendwo da in der Mitte, aber war live vor Ort, das war der Horror, drei Stunden im strömten Regen, boah, ja, das ist, da lief alles schief, sorry, aber nee, ich lasse, trotz Kofi Mania lasse ich das bei Grütze. WrestleMania, es müsste 18 sein, wenn mich nicht alles täuscht, mit Hogan gegen The Rock, dann haben wir noch WrestleMania. Das war nicht WrestleMania 18, oder? Hogan Rock war, ah doch, du hast recht, schön nach 17 war ja das aus der WCW und 18, doch, dann hast du absolut recht. dann haben wir noch WrestleMania 15, haben wir noch und das in der Mitte, Mr. WrestleMania, boah, wo sind wir? Also, lass uns mal die 18er machen. Alles klar. Rock gegen Hogan ist für mich der Inbegriff eines WrestleMania-Matches. Ja. Das ist WrestleMania. The Rock gegen Hogan ist WrestleMania. So. Triple H, Chris Jericho war auch echt nicht scheiße. und wenn ich sonst gucke, Rob Van Dam gegen William Regal, DDP gegen Christian. Es war halt viel gezeichnet von diesen WCW-Ausläufern, die bei der WWF einfach keinen Anschluss gefunden haben und das hat diese Zeit so ein bisschen, ja, man hat da versucht, viel zu kombinieren. Das war die erste Mania, wo die WWF auch wusste, jetzt können wir mal mit den Stars planen und da kommt dann halt irgendwie DDP gegen Christian raus, da kommt Maven gegen Goldust raus, Kurt Angle besiegt Kane, Undertaker besiegt Ric Flair, Edge besiegt Booker T, Stone Cold besiegt Scott Hall, The Rock besiegt Hogan. Boah, ich hab diese Mania auch gar nicht ganz gesehen, wo ich das gerade hier so merke. Ich hab diese Mania tatsächlich gar nicht ganz gesehen. Ähm, nur, ah, ich würd sagen so 70% davon, aber sowas wie Maven gegen Gold, das hab ich, äh, nicht mitbekommen. Hall gegen Austin, erinnere ich mich, das war aber alles, da war Austin auch schon ein bisschen über seine Prime drüber. Ähm, war die, ja, weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die werden dir sagen, die war sehr gut. Mhm. Bah, bah, boah, es ist echt schwierig. Ich lese mir gerade auch die Matchcut durch und, pff, boah, schwierig. die geht bei mir trotzdem in Richtung brauchbar. Ich glaub, sie geht bei mir auch in Richtung brauchbar. Chad, was sagt ihr, hier tun wir uns jetzt ein bisschen schwer, bisschen vor unserer Zeit, aber man hat schon, schon entscheidende Teile nachgeschaut, aber was sagt ihr, ist die brauchbar, ist die drüber, oder? Ich hab die Melia tatsächlich ganz gesehen, aber ich tu mich grad schwer, damit das einzustufen. Für mich, das ist wieder so ein Mittelding, ich würd's in gut tieren, aber wenn ich jetzt die Tendenz zwischen sehr gut und brauchbar machen müsste, dann wär's eher brauchbar, glaub ich. Dann wär's für mich eher brauchbar. Und dann ist halt leider sehr gut rausgekommen, was soll ich dir sagen? Kann ja gar nichts schief gehen. In Russland haben sie auch grad abgestimmt. Aber bei uns läuft das ja alles mit rechten Dingen zu. Möcht mich hier aber auch gar nicht politisch äußern. Also Hogan gegen Rock war krass, aber sonst hat die jetzt nicht so die Ultra-Banger gehabt. Ich bin für brauchbar, tatsächlich. Ja, hau sie rein, hau sie rein. So, und jetzt haben wir noch zwei Stück. Wir haben 15, damit können wir direkt anfangen. Wrestlemania 15. Ja, boah. Boah, muss ich jetzt auch, also doch, hab ich wegen dem Monday Night War auf jeden Fall gesehen. Ähm, sind wir jetzt ja tatsächlich sogar kurz davor. Ist das richtig? Ja, da sind wir, genau, Wrestlemania 15 sind wir jetzt davor. Also, Stone Cold gegen The Rock wird überragend aufgebaut. Undertaker, Big Bossman, Hell in a Cell Match. Gut, ist jetzt nicht so krass. Shane McMahon gegen X-Pac, Sable gegen Tori, Kane gegen Triple H, endet via Disqualification, Road Dog gegen Gotas, äh, Ken Shamrock und Val Venus, Mankind gegen Big Show, das ist halt schon ein Downer. Also, Mankind war halt echt Champion, bis einige Wochen vor Mania, bis man dann aber Rock und Austin wieder auf den Weg gebracht hat. Und da war Big Show fast ein Downgrade. Man hat halt Big Show nicht verlieren lassen wollen, Mankind nicht verlieren lassen wollen, ähm, ja, war so, ja, Butterbean gegen Bart Gunn war halt ein Skandal. Das war wirklich ein Skandal. Owen und Jeff gegen, boah, Hardcore Holly gegen Billy Gunn und L. Snow. Mh, braucht man vielleicht, also, wenn man's gut meinen fasst, wenn, für mich riecht noch Ei. Ich rieche Ei. Boah, aber, also, Austin Rock war schon stark. Das war seinerzeit revolutionär. Ja, mir tut Bart Gunn so leid. Ich kann's leider deswegen nur in Ei machen. Das, das war wirklich böse. Das war sehr böse. Ernsthaft? Ja, das war böse mit Butterbean, dass die da diese Scheiß-Fight vor... Ja. Ja, komm, machen wir. Ist okay. Ist okay. Wenn wir dann beide hier zufrieden sind, dann ist das okay. Ist okay. Ist okay. Was war so skandalös? Naja, ich mein Bart Gunn, das war halt ein Wrestler. Man hat ihm gesagt, ja, ja, du trittst jetzt an gegen den Boxen und es war ein Shoot-Fight. Das heißt, er hat legit aufs Maul bekommen und wurde legit richtig übel verprügelt. Und das kannst du halt als WWE nicht machen. Und der hat halt in Sekunden verloren und danach ist er auch fallen gelassen bei mir als Kartoffel. die haben ihn einfach weggeschmissen. Herrlich. Ja, war eine wilde Mania. Aber super, guck mal, jetzt habe ich doch das aus dir rausgekitzelt. Das freut mich sehr. Der Flo ist mittlerweile auch im Chat. Das ist auch super. Guck mal. Hallo, Flo. Es war WrestleMania 2000. Es ist WrestleMania 2000. Es ist WrestleMania 2000. Boah, habe ich halb gesehen nur. Habe ich gar nicht ganz gesehen. Triple H gegen The Rock. Und Mick Foley und Big Show. Habe ich gesehen. Richtungsweisendes Match. Triple H, Mega Push. Kane und Rikishi gegen DX. Übergang. Dann das Intercontinental Championship Match. Chris Jericho, Chris Benoit und Kurt Angle. Habe ich gar nicht so viele Erinnerungen dran, muss ich sagen. Habe ich aber mal nicht gesehen und war nicht verkehrt. China und Too Cool gegen die Radicals. Terry Runnens gegen The Cat. Dann Edge und Christian gegen die Dudley Boys und die Hardys. Das war ein Triangle-Leader-Match. Das war der Vor, oder was heißt ein Vorreiter, das war der, war nicht der, oder nee, war schon später dann, WrestleMania 17. War nochmal der Versuch, das nochmal zu toppen. Das war auch gut. Da war der legendär Speed auch mit drin, oder? Von Edge und Jeff. War der nicht bei 17? Der war bei 17. Hier war so eine Swanton Bomb von Jeff Hardy, meine ich, dabei. Keine große Erinnerung, muss ich leider sagen. Hier war der, von Jeff Hardy dabei. Spear war das TLC-Match, genau, das hier war nur ein Ladder-Match. Dann war Tess und Albert gegen Head Sheese gegen Esno und Steve Blackman. Hardcore Holly gegen Crash Holly. Big Bossman und Big Cannon gegen den Godfather und die Lobby. Also da ist auch viel Quatsch dabei. Sehe ich brauchbar. Sehe ich brauchbar. Sehe ich brauchbar. Würdest du sagen, es ist brauchbar? Chad, sehen wir, es ist brauchbar? Wer die Letzte? Es ist so ein bisschen Ei, ein bisschen brauchbar für mich. Ich erinnere, ich weiß, dass ich die Show gesehen habe. Ich habe die komplett gesehen, weil ich irgendwann mal von 15 bis aktuell eigentlich alles durchgesippelt habe. Aber ich erinnere mich tatsächlich ziemlich wenig an die WrestleMania. Brauchbar. Ulmi sagt Gelbe vom Ei. Ja, ja. Ich sage ja, das ist irgendwas zwischen Ei und brauchbar. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. War das da, wo Jeff die Swanton vom Tunnel aus gemacht hat, oben runter, Tische und so? Er ist wahrscheinlich wieder was anderes. Ja, 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 genau. Okay, ich erinnere mich. Ja, schwierig. Ein bisschen Ei, ein bisschen brauchbar. Und wie war es mit WrestleMania 28? 28? Also, WrestleMania 24, wirklich, WrestleMania 24 war echt nicht zu unterschätzen. Ich gucke gerade noch, aber die 28er hatte halt auch Quatsch dabei, ne? Wobei, ne, die hatte halt trotzdem Undertaker, Triple H, Hell in a Cell, Main Event, Punk gegen Jericho. Die war schon, boah, und wenn ich jetzt mal WrestleMania 24 dagegen halte, war die der Final Boss? War die ein Final Boss? Die hatte halt auch alles dabei gehabt, ne? Die hatte ein Gimmick-Brawl zum Beginn, die hatte ein starkes Leather-Match, die hatte Batista Umaga, das war sauber. Kane, Charbo, Guerrero, knackiges Übergangsmatch. Shawn Michaels, Ric Flair, überragend. Frauen zum Runterkommen. Randy Orton, Triple H, John Cena, stark. Floyd Mayweather, Big Show, ist ein WrestleMania-Match und andere, WrestleMania 24 auf Final Boss. Das pitche ich jetzt noch. Ich pitche zum Ende noch WrestleMania 24 auf Final Boss. Okay, 28 bleiben wir aber auch sehr gut, oder? Würde ich sagen. Ja. Das ist echt nicht easy, oder? Ja, der Kopf ist jetzt auf jeden Fall matschig. Also es gibt viel, worüber man nachdenkt, viel, worüber man sprechen muss. Ja, ist anstrengend, ist anstrengend. Aber es ist eine stabile Liste. Also jetzt, wo ich das nochmal sehe, würde ich sagen, das ist alles valid. wenn's mal richtig ist, allegiance an